Nächste Woche Urlaub, Raytorio, sehr, sehr nice, man, sehr nice, das sei dir auf jeden Fall von Herzen gegönnt. Einfach nur ein bisschen entspannt zu Hause oder fährst du schrägstrich ihr irgendwo hin? So einen richtigen, richtigen Urlaub oder einfach ganz entspannt? Ich check auch schon wieder nicht, was hier diese komischen Zahlen bedeuten. Seht ihr die eigentlich auch? Also hier Kollege SomedayMD hat eine 2 über sich, Raytorio, du hast eine 1 über dir. So, was bedeutet denn das? Wart ihr irgendwie die ersten und zweiten, die hier im Stream reingeschaut haben oder was kann das bedeuten? By the way, danke schon mal für die Likes von CurbFutter. CurbFutter, ich danke dir. Ne, entspannen, Moped fahren und so. Ja, chillig, chillig, Moped fahren, das ist tatsächlich, das klingt echt cool. Ich habe tatsächlich auch Moped, aber ja, das steht halt bei meiner Mom und halt auf dem Dorf. Und ich wohne ja hier jetzt mittlerweile in der Stadt, ist auch ein bisschen entfernt, also lohnt es sich nicht, da rumzufahren, um ein bisschen Moped zu fahren. Vielleicht melde ich das irgendwann nochmal an, das ist ja glaube ich auch nicht so teuer. Aber muss ich halt mal schauen. Habe halt auch einiges zu tun. Studium, hier die ganze Zeit Videos machen, was ja auch quasi täglich zumindestens für ein, zwei Stunden Beschäftigung bringt. Und auch, ja, halt auch einfach ein bisschen schlecht von unterwegs ist, sonst müsste ich ja immer mein ganzes Equipment mitscheppen. Oh, ey, ich bin echt noch ein bisschen K.O.A., gut, was soll's, ich bin trotzdem in Gesprächslaune. Und, ja, was, 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 was gibt's zu erzählen? Okay, ich hoffe, ihr habt alle schon in der, in unserer Community-Telegram-Gruppe bei der Umfrage mitgemacht. Ich hatte ja in den letzten Tagen so zwei Videos zum Thema Maxi gemacht, die, also, auch viele haben das voll falsch verstanden. Also, das erste Video mit dem Hebeltrading wurde zwar von den Jungs von Maxi gesponsert, aber das war jetzt keine Werbung für Hebeltrading. So, die wollten, die haben mir halt gar keine Vorgaben gegeben. Die meinten einfach so, ey, die hat mich schon ein, zwei Tage davor angeschrieben, ob ich Bock hätte, was mit denen zu machen. Und dann war es meine Idee, weil ich hatte euch ja versprochen, mal Hebeltrading zu testen. Dann hab ich gesagt, hey, dann lass uns das doch kombinieren. Ich kann auf Binance eh kein Hebeltrading machen und such grad eine neue Plattform. Dann nehm ich Maxi und wir machen halt daraus die Kooperation. Und dann meinten die so, ja, klingt top, denn nur so ein Video, wo du Maxi vorstellst, wäre uns eh ein bisschen zu langweilig. Dann machen wir das so. Und, ja, dann haben wir halt das so gemacht. Dass ich jetzt heute nochmal ein Video gemacht habe, war halt nur deswegen zu schulden, weil sich halt auch einige Leute gefragt haben, warum ich denn Maxi genommen habe. Ja, das war einerseits, weil ich mir das eh immer schon mal angucken wollte, weil es da halt echt viele Coins gibt. Und ich auch immer mal irgendwelche Videos gesehen habe auf Telegram, äh, auf Telegram, auf TikTok. Und ich so geguckt habe, hey, was ist das für ein Coin, wo gibt's den? Und dann gab es die halt oft einfach nur auf Maxi, zumindest was Centralized Plattform angeht. Ja, ja, das auf jeden Fall nochmal zu dem Thema. Und die haben mir halt ein kleines AMA angeboten, wo wir denen Fragen stellen können. Und deswegen habe ich die Umfrage in der Community-Telegram-Gruppe gestartet, wo ihr jetzt entscheiden könnt, ob dieses AMA stattfinden soll. Und wenn ihr Bock habt, dass das stattfindet, dann, ja, dann erstmal clean Gucci auf jeden Fall. Vielen Dank für die ganzen Likes. Und wenn ihr sagt, ihr habt Bock, wonach es aktuell aussieht, dann könnt ihr mir natürlich nachher auch Fragen schicken. Oder vielleicht kommen die Leute von Maxi auch in die Gruppe und wir machen da so einen kleinen Call, den ich dir noch aufzeichnen werde. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich soll, ich habe denen da jetzt noch kein Feedback gegeben, weil ich erstmal euch entscheiden lassen wollte. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Fragen. Was studierst du nochmal? Ähm, ja, ich studiere Wirtschaftsinformatik. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen verwirrt war. Ich hatte nur irgendwie gleichzeitig versucht nachzudenken und die nächste Nachricht zu lesen. Ich studiere Wirtschaftsinformatik. Demnächst wechsle ich aber auf Betriebswirtschaftslehre. Du hast voll die Ähnlichkeit mit Jake aus Tour in the Halfman. Ähm, das kann durchaus sein. Ich habe gerade gar kein Bild vor dem Kopf. Ist voll lange her, dass ich das mal geguckt habe. Ähm, hatte dir erzählt, was wir Samstag Sport gemacht haben. Ich kann mich nicht mal mehr aufs Klo setzen. Ja, das ist hart, das ist hart. Das ist, so fühle ich mich auch gerade. Nur mein Bauch. Ey, das wird auf jeden Fall auf dem Klo auch nicht viel besser, glaube ich. Aber gut, wir wollen jetzt hier auch nicht zu tief in die Materie reingehen. Hitman, schön, dass du am Start bist. Was hältst du von Shiba? Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Shiba. Aber, ja, was weiß ich. Wer Bock hat, ein bisschen zu gambeln, der kann... Ähm, der kann natürlich liebend gerne sich Shiba holen. Nur ich persönlich bin halt kein Freund von Meme-Coins. War, egal, vor zwei Jahren oder so, war irgendein Kumpel, meinte ich so, dass wir machen, mal irgendwie so 50 Euro oder so in Safe Moon gesteckt. Aber da ist halt auch natürlich nur Scheiße rausgekommen. Und seitdem habe ich gar keinen Bock mehr auf sowas. Kryptolegende, guten Abend. Kryptolegende, schön, dass du am Start bist. Auch einen schönen Abend an dich. Ah, lol, ja, studiere dasselbe. Also Wirtschaftsinformatik oder BWL? In jedem Fall crazy. Ach so, okay, also Wirtschaftsinformatik. Du hast noch geschrieben, oh, warum wechselst du? Ich wechsel einfach nur, weil ich mich nicht mehr so darin sehe, wirklich nachher in der IT irgendwo zu arbeiten, sondern halt mehr so mein eigenes Ding machen möchte, selbstständig, vielleicht irgendwann eigenes Unternehmen aufbauen. Und da bietet sich Betriebswirtschaft sehr weit viel mehr an, weil selbst wenn man nur selbstständig ist, gibt es halt voll viel Knowledge, was man aus dem BWL-Studium mitnehmen kann, so was so Steuern angeht, Unternehmensaufbau, Bilanzen, Statistik und Rechnungswesen und so ein Zeug. Bist du morgen auch wieder live? Kann heute nicht teilnehmen. D-L-K-K-M-N, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich bin am Wochenende unterwegs, bei einem Kollegen nächstes Wochenende und der meinte zwar, ich kann auch bei ihm den Livestream machen, aber ich weiß nicht, ob ich da so Lust drauf habe. Ich habe hier halt so mein Setup und hier direkt meinen Rechner und so irgendwie, weiß ich nicht, kickt mich das nicht so. Aber deswegen gehe ich vielleicht nochmal irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, mache ich nochmal so einen kleinen Zusatzstream. Aber morgen direkt wieder sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn da nicht gerade morgen irgendwas so Dramatisches in den Medien passiert, dass ich sage, okay, darüber müssen wir sprechen, denn nicht. So, was ist Gambeln? Ja, Gambeln halt einfach nur so Lottospielen, Glücksspiel, Gambeln. Ja, Gambeln, ich glaube, Glücksspiel ist die Übersetzung, oder? Gambling oder so Würfelspiele oder so. Ich glaube, daher kommt das. Aber halt einfach nur zocken. Moin, Martin, Moin. Kleddermax, Martin, schön, dass ihr im Start seid. Hey, wo kann ich Krypto kaufen mit Paypal? Boah, gar keinen Plan. Also ich weiß nicht mal, ob das überhaupt irgendwo geht. Also ich habe das noch nirgendwo so richtig mitbekommen, dass das da geht. Ich könnte Coinbase oder Krypto.com zutrauen, dass es da geht, aber überhaupt keine Garantie. Richtig gesehen habe ich es noch nirgendwo. Martin, vielen Dank für die Rose, Bro. So, vielen Dank. Hab auch mit Dodge viel verloren, aber mit Chiba um die 8. Also über 700%. Ja, trotzdem Glückwunsch. Wie gesagt, kannst du ja machen und du kannst damit halt auch krasse Gewinne machen. Aber es ist halt reines Glücksspiel. Deswegen bin ich halt nicht so ein Fan von. Ähm, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und finde, man lernt kaum was bezüglich Unternehmensaufbau. Safe. Safe, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört. Aber bei Betriebswirtschaftslehre habe ich schon mir mal so die Module angeguckt und da wirkte das schon sehr passend. Oh, Martin, du fängst jetzt schon wieder an, richtig abzugehen. Danke für die, es wird mir hier noch gar nicht alles angezeigt, aber schon mal mindestens 10, 20 Rosen. Ich küsse dein Herz, Bro. Finde, man lernt eigenständig viel mehr über das Internet. Natürlich, das sowieso. Ich meine, nicht umsonst. Heutzutage steht einem alles offen. Du findest jede Information. Wenn du richtig suchst und dir auch ein bisschen der Rechtsstatus egal ist, sag ich mal, findest du wahrscheinlich sogar jedes Buch gratis irgendwo. Also wenn du richtig Bock hast, kannst du alles lernen über das Internet. Jasmine schreibt Suche, Girl, okay, danke für den Spam. Kann ich dir, falls es kein Spam ist, kann ich dir auf jeden Fall nicht weiterhelfen. Und Krypto kaufen ohne Verifizierung, ganz, ganz schwierig. Also direkt von Anfang an. Also du kannst halt mit Verifizierung dir irgendwie USCT bei Binance oder so und das dann irgendwo hinschicken und dagegen was ganz anderes swappen und sonst was damit machen. Aber wo du direkt welches kaufen kannst ohne Verifizierung, keine Ahnung. Also vielleicht kannst du auf ein paar Plattformen so ein klein bisschen kaufen, so irgendwie 200, 300, 400 Euro, aber unendlich viel noch nie gesehen. Glaub auch nicht, dass das in Deutschland so einfach möglich ist. Wenn es eine Plattform gibt, wird die locker illegal sein oder demnächst irgendwie von der Bar für den Hops genommen. DLKKMN, kannst über YouTube mittlerweile eigentlich alles hin. Ja, YouTube ist sowieso beste. Ich gucke selbst genug YouTube-Videos. Manchmal auch in Vorbereitung für meine Videos. Also ist halt einfach angenehm. Ach was, mach den Stream hier vor meiner Whisky-Sammlung. Ja, ach, mal gucken, mal gucken. So, was geht hier noch ab? Bei eToro kann man kaufen. Bei eToro kann man wie kaufen? Kaufen ohne Verifizierung, meinst du? Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Okay, Jasmine, ich weiß nicht, was das hier soll. Wenn du jetzt hier noch öfter Suche Girl reinschreibst, wirst du auf jeden Fall blockiert. Was stattdessen studieren? Also ich studiere, wie gesagt, demnächst an Betriebswirtschaftslehre. Und wer IT interessiert ist, kann auch 100%ig Wirtschaftsinformatik studieren. Ist absolut kein schlechtes Studium. Sehe ich mich nur persönlich einfach nicht mehr so. Ey, Leute, ihr habt doch schon 5700 Likes reingeknallt. Also ich weiß nicht, wer ihr so Bock hat, aber ich danke dir, Bro. Oder euch. Meinung Kosmos, ich bin großer Fan. Ich bin in Kosmos drin. Das ist, glaube ich, zweitgrößte Position. Ich werde demnächst auch noch Osmosis holen. Und ich verfolge auch die Airdrops. Hab da so eine Website, hab ja auch so eine kleine Tabelle für mich erstellt. Also Kosmos, absolut der Fan. Hab ich ja selbst im, na, im Hebeltrading-Video geholt. Nicht umsonst. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung von Hebeltrading. Ich hab da einfach nur Coins geholt, die ich cool fand. Und die grad für mich billig wirkten. Einfach so aus meiner Erfahrung. Welche Preise die sonst schon mal erreicht hatten. Und dementsprechend Kosmos, guter Mann. Ist deiner Meinung nach eine Wirtschaftsschule empfehlenswert fürs Abitur? Überhaupt keine Ahnung, kann ich dir nichts zu sagen. Klingt irgendwo plausibel, aber hab ich keine Erfahrung mit. Deswegen kann ich dir da auch nichts ansagen. Wie findest du Probit? Ich hab keine Ahnung, was Probit oder Probit ist. Kannst du gerne nochmal mehr reinschreiben. Gegebenenfalls guck ich mir das gerne mal an. Oder setzt es auf die, äh, Was-ist-Videoliste. Stell dich kurz vor, woher hast du dein Wissen? Liebe Grüße. Sabrina, die, die, ich nenn dich einfach mal Sabrina. Den Rest krieg ich hier, glaub ich, grad nicht zusammen. Ähm, also, ja, ich bin Jonas. Ich mach hier Videos. Ich weiß auch nicht, was soll ich dir erzählen? Ich bin 22 Jahre alt und mein Wissen hab ich mir halt selbst angeeignet. Ich weiß nicht, wie, wie soll, was soll ich dir da erzählen? So kriegt jeder quasi sein Wissen über Krypto. Also, ich bin halt schon jetzt so drei Jahre oder so drin. Ähm, also, über Krypto, was wissen tue ich schon länger, aber dass ich mich wirklich damit auseinandersetze und auch mal Coins, äh, gekauft hab, drei Jahre. Und seitdem schau ich halt richtig viele Videos da drüber, verfolg alle News, hab immer mehr Coins investiert, hab irgendwann mehr Coins mir angeguckt, was die Projekte machen. Also, ich glaub, da musst du spezifischer fragen. Da kann ich dir jetzt so pauschal nicht so mega viel erzählen. Mit Paypal. Okay, ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Also, wie gesagt, ich kenn keine Plattformen, wo ich dir safe sagen kann, da kannst du mit Paypal, ähm, Krypto kaufen. Genauso wie ich auch keine Plattform kenne, wo ich dir safe sagen kann, dass du da, äh, ohne KYC kaufen kannst. Äh, Washington, du von Cosmos. Achso, was hältst du, denk ich mal? Nice, ich auch. Och, okay, okay. Sehr gut. Cosmos ist die Gang. Will mir gerne Krypto kaufen bei Binance, habe aber leider keine Kreditkarte. Man kann bei Binance auch mit IBAN bezahlen. Also, ähm, das, äh, mit IBAN bezahlen, lol, das war auch grad richtig dumm. Aber SEPA sollte auch wieder funktionieren. Es war eine Zeit lang gesperrt. Aber ich glaub, vor ein, zwei Wochen hab ich ein Video gesehen, das wieder am Start ist. Und hab auch geguckt bei, ähm, bei Binance. Und da hab ich das auch gesehen. Und ansonsten ist es ja aber auch kein Problem, die eine Kreditkarte zu besorgen. Also, geh einfach halt auf irgendwie Vivid N26, ähm, Revolut oder sonst was und da kriegst, kannst du ein Konto eröffnen und dann kriegst du eine Debitkarte und das wird als Kreditkarte behandelt, aber du hast halt keinen Kredit. Dementsprechend stabile Bank. Und ich persönlich kann ja auch aus eigener Erfahrung nur Vivid empfehlen. Hab dazu auch ein YouTube-Video gemacht, falls du dich dafür interessieren solltest. Aber da gibt's auch noch andere Möglichkeiten. Ich bin halt einfach nur bei Vivid hängen geblieben. Will mir gerne Krypto kaufen bei, ach so, das hatten wir eben schon. Bei eToro kann man kaufen und mit Paypal bezahlen. Habe ich auch, absolut okay. Wenn das geht, dann, also warum sollte es nicht gehen, wenn du schreibst, dann gönnt euch auf jeden Fall eToro. Da kann man denn mit Paypal bezahlen. Äh, wie hieß du? Sorry, ich hab das gar nicht gesehen. Kaktus Kuschler. Vielen Dank für die zwei Pandas. Ich hatte, jetzt kommen auch Pandas. Letzte Woche habt ihr irgendwie Rosen, waren da dabei, denn noch die Mikrofone und diese, diese Kinoklappe. Ich hab auch keine Ahnung, was das alles wert ist. Also, falls du mir gerade irgendwie mehr als ein paar Cent geschickt hast, dann tut mir leid. Ich frag mich nicht. Ich danke dir trotzdem von Herzen. Egal, was das ist. So, ähm, wie geht's hier weiter? Er kommt auf den Weg, an den du einschlagen willst. Abi, äh, NC Studiengang kann man auch einfach so studieren. Okay, okay, das war eine Antwort an den einen Kollegen. Was sagst du zum Tweet von Mike McClone und Bitcoin-Anstieg? Ich hab keine Ahnung, wer Mike McClone ist. Also, kannst mir gerne irgendwie auf Telegram, weil Instagram ist immer ein bisschen nervig, aber Telegram kann ich hier auch während des Streams, äh, easy verfolgen. Kannst du mir da gerne einmal irgendwie einen Link schicken oder so. Dann kann ich mir das hier auch mal anschauen. Mein Telegram findest du, äh, ja, klick einfach auf den Link in meiner TikTok-Bio und da kommst du in unsere Community-Gruppe und da findest du mich dann natürlich auch als Admin. Was sagst du, ach so, das war das, ähm, ja, aber mit IBAN voll der Kopfschmerz, man muss Online-Banking machen und so weiter, das ist kopfweh. Weiß nicht, geht halt klar. Also, ich weiß ja nicht, bei was für Banken ihr seid, aber ich nutz halt wirklich, auch wenn mir das viele nicht glauben und das nur für Mistheiten, aber ich nutz halt wirklich die ganze Zeit nur Vivid und davor hab ich die ganze Zeit nur N26 genutzt. Also, bei, in das Online-Banking von der Sparkasse geh ich richtig selten rein. Damit bezahl ich eigentlich nur meine Miete und GZ, ja, ich glaub noch eine andere Sache. Handy oder so, nee, 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 hier Internet. So, aber sonst mach ich das mit denen und dann gehst du halt in die App über, weiß fix Geld, ist halt lächerlich entspannt, das wird bei allen Online-Banken zu sein und es ist eigentlich traurig, wenn das wirklich bei den alteingesessenen Banken immer noch nicht geht. Hab ich eigentlich auch schon mal was anderes gehört. Welche Exchange bevorzugst du? Ich nehm am liebsten bei einem zum KuCoin, das ist wirklich exakt same, da kann ich nicht eine bevorzugen. Die nutze ich echt gleich auf, weil ich auch bei beiden gefühlt von den so 10 Coins, die ich am ehesten gekauft habe, sind gefühlt auch irgendwie 6 auf Binance und 4 auf KuCoin oder so. Und ansonsten nutze ich noch gelegentlich Crypto.com und immer mal wieder halt Maxi, wo ich ja auch heute ein Video zu hochgeladen habe. Also das ist auch noch alles stabil. Aber Crypto.com halt auch wegen der Kreditkarte und Maxi kannst du sowieso nur als weitere Instanz nutzen, weil du da halt nicht mit Paypal, nicht mit IBAN, nicht mit Kreditkarte eigentlich gar kein Euro einzahlen kannst. Jedenfalls, wenn das irgendwie gehen soll, habe ich diese Funktion nach ewigen Suchen auf jeden Fall nicht gefunden. So, ist mit Verifizierung. Was sagst du zu Deeper VPN? Habe ich keine Erfahrung mit. Wenn es dieses Kryptonetzwerk ist mit VPN, ganz schwierig. Weiß halt nicht, wie gut, wie das mit Datenschutz und so wirklich funktionieren soll. Das wirkte mir immer ein bisschen skeptisch. Ähm, ein bisschen dubios. Rohstoff-Stratege bei Bloomberg. Okay, das war bestimmt dann auf diesen McGlone bezogen. Aber ich glaube, du hast mir gerade auch bei Telegram geschrieben, ich beantworte dir fix noch die neuesten Nachrichten, die neuesten Kommentare hier im Stream und dann gucke ich mir das mal an. Kannst du mir Streetspotter erklären? Oh, jetzt muss ich kurz gucken. Ähm, was war jetzt Streetspotter und was war Clickworker? Ich verwechsel das, glaube ich, gerade im Kopf. Auf Streetspotter. Ne, Streetspotter ist stabil. Da habe ich ein komplettes YouTube-Video zu auf meinem Kanal, wo ich das erkläre. Und noch eine zweite App, mit der man Geld verdienen kann. Und Streetspotter ist auch stabil. Da kannst du mit ein bisschen Geld verdienen, kannst das Geld auch auszahlen. Dauert halt nur vier bis sechs Wochen, bis das Geld da ist, wenn du auf Auszahlen gedrückt hast. Also dann, wenn du gefühlt denkst, sie haben dich abgezogen, kommt das Geld doch an. So war es zumindest bei mir. Ich wollte echt schon ein Video hochladen. Holt euch das nicht. Ihr kriegt euer Geld nicht. Und dann kam es plötzlich nach einem Monat an. Ähm, ja, soviel zu dem Thema. Clickworker, das war das, wo ich wirklich das Geld nicht auszahlen kann. Das kann ich nicht empfehlen. Deswegen wollte ich Bitpanda versuchen. Hat auch nicht geklappt mit der Verifizierung. Was macht ihr denn alle klar? Wie, was für eine Verifizierung? Meinst du das KYC? By the way, zwischendurch. Martin, Bro. Danke für die Rose. Das Eis, das GG, das TikTok. Digga, crazy. Du hast schon wieder richtig Bock. Ich danke dir, Mann. Äh, was hältst du von da aus? Absolut stabile Sache. Da sehe ich noch sehr viel Zukunft. Also nicht, dass das vielleicht... Also ich glaube nicht, dass das irgendwann die führende Unternehmensform überhaupt werden wird. Aber da ist noch gutes Potenzial. Daraus sind einfach richtig und wichtig und exakt genau das. Also die stehen halt auch echt verdammt gut für Krypto. Oder für zumindest alles, was ich an Krypto feiere und liebe. Willst du gerne Krypto kaufen, aber leider geht's nicht. Hä, wie denn? Kriegst du das mit der Verifizierung nicht hin? Oder bist du minderjährig? Falls du minderjährig bist, geht das eh nicht. Der muss das über deine Eltern machen. Falls du nicht minderjährig bist, ist auch gerade kein Front gewesen. Aber wir sind echt oft Leute, die minderjährig sind und deswegen irgendwelche Probleme haben. Wie läuft dein Rugminer aktuell nach SD-Tausch? Der läuft richtig top. No joke. Also ich kann mich da gar nicht beschweren. Der muss aber bald weg, weil meine Vermieterin irgendwie plötzlich denkt, dass das Ding illegal ist und ich ihr das auch nicht erklärt bekommen hab. Sie wollte das nicht hören. Aber ich hab schon einen Kollegen gefunden, bei dem hat das auch eine sehr, sehr gute Position. Und da mach ich dann sicher nochmal ein Update-Video. Aber aktuell läuft der top und ich denke auch, der wird bei ihm top laufen. Der wohnt auch nicht weit weg von mir, hat Dachgeschoss. Das wird schon passen. Also keine Sorge, da kommen sehr wahrscheinlich auch noch weiterhin Videos. Sollte es ihm bei ihm natürlich überhaupt nicht laufen, wird das Ding verkauft. Der macht's halt einfach keinen Sinn. Äh, wie viel? Ich weiß leider nicht, äh, Fully Emir, worauf sich das, äh, wie viel bezieht. Bitte noch einmal irgendwo reinschreiben, hier in Chat. Ähm, someday MD, über dir steht plötzlich auch neuer Schenkner, falls du mir irgendwie gerade was geschickt hast. Ich hab's nicht gesehen, aber ich danke dir trotzdem. Ähm, Fully, warum funktioniert es dich mit der Veri bei Bitpanda bei dir? Achso, ja, das hatte ich auch schon gefragt. Hast du schon mal Dropshipping probiert? Nein, und hab's auch nicht mehr vor. Außer ich will wirklich irgendwann selbst, wirklich da mir ein Business aufbauen, aber nur für ein Video. Also, lächerlich viel zu viel Aufwand in Deutschland. Du musst so viel beantragen, auf so viele Dinge achten, dich rechtlich absichern, schieß mich tot. Im besten Fall in den GmbH gründen, gar kein Bock. Wirklich ist es mir überhaupt nicht wert für ein Video. Und würde ich das halt richtig professionell machen wollen, müsste ich eh viel mehr Zeit investieren, als ich gerade hab. Deswegen hab ich nicht gemacht, ist auch nicht in Planung. Ähm, so, nein, bin über 18, klappt nicht. Ja, dann probier mal eine andere Plattform, Binance oder so. Und wenn's halt alles nicht geht, dann fang erstmal bei Coinbase an. Die Gebühren sind zwar echt mies, also sie sind jetzt auch nicht unfassbar teuer, aber im Verhältnis zum Rest schon ziemlich teuer. Aber da hatten, glaube ich, wirklich niemand Probleme. Und ich hab ganz, ganz, ganz am Anfang auch damit angefangen. Und das war echt gar kein Ding. Und da hatte ich noch keine Ahnung. Das war gefühlt das zweite KYC meines Lebens. Und wie wird mit eingerechnet? Fully, da machst du definitiv falsch. Ja, das glaub ich leider auch. Auf KuCoin muss man sich doch nicht verifizieren. Doch, wenn du irgendwas, ich glaube, ich musste mich da auch immer nicht verifizieren, war voll verwundert. Bis ich gemerkt hab, okay, ich hab ja auch nie Euro eingezahlt. Ich hab das ja immer von Binance rüber geschickt, weil ich zu faul war für das noch weitere KYC. Aber irgendwann wollte ich bei KuCoin mal Euro einzahlen. Und da hab ich denn das KYC doch machen müssen. Doch, doch, sehr sicher hab ich da meinen Ausweis und den ganzen Pimpf hochgeladen. Ähm, du machst es nicht richtig, weil bei Bitpanda kannst du das KYC über einen Videocall machen. Ja, Videocall ist sowieso am entspanntesten. Anfangs ein bisschen komisch, man muss sich da erstmal einfinden. Komisch damit, irgendwen zu reden, aber es ist halt echt mega entspannt. Wie hat die Eule das denn mitbekommen? Also deine Vermieterin. Ähm, ja, der, ja, keine Ahnung. Ich glaub, der Hausmeister oder so hat da irgendwie was entdeckt. Frag mich nicht. Also die hat mich halt auch angerufen und meinte, wir müssen über den Helium-Mainer reden. Und ich so, woher wissen sie überhaupt, was das ist? War schon, war alles schon ein bisschen unangenehm. Aber alles easy, Leute, ist geklärt und ist jetzt auch kein Weltuntergang. Man passt sich an. Aber du verwechst es nicht, Passport mit ID-Card. Ähm, okay, das ist es nicht. Habe mich jetzt bei eToro angemeldet, hat alles geklappt. Sehr, sehr nice, das freut mich sehr. So, jetzt gucken wir mal, was der Kollege mir noch geschickt hatte auf Telegram. Moinsen, hier der Link zu diesem McGlone, der Typ von Bloomberg. Gucken wir uns mal an, was der gesagt hat. Bitcoin erwartet neuer Meilenstein-Analyst, prognostiziert Bitcoin-Kurs in Millionenhöhe. Wie in Millionenhöhe? Okay, also da denkt jemand, dass der Bitcoin dieses Jahr noch auf eine Million steigen wird. Also, falls ich das gerade richtig verstanden habe. Ich kann das ja auch nur überfliegen. Ich werde jetzt hier nicht fünf Minuten lang mit einem Streamenden Artikel lesen. Aber wenn das die Aussage ist, da glaube ich überhaupt nicht dran. Also, halt, safe nicht. Nicht ne Million. Also, ich bin auch der Meinung, keine Finanzberatung, aber ich persönlich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Bitcoin höher abschließen wird als beim Jahresanfang, auch höher abschließen wird als heute. Aber nicht in Millionenhöhe. Also, selbst wenn es echt noch 100.000 werden oder 150.000, aber doch keine Millionen. Das wäre echt ein bisschen sehr, sehr krank. Dann würdest du ja, ne, ne, ach ne, das wäre auch viel zu viel Market Cap. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. E-Toro hat nichts mit Kryptowährungen zu tun. Solange die Coins nicht wegschicken kannst, ist es nicht dein Coin. Ähm, du kannst bei E-Toro die Coins nicht mal wegschicken wie bei Binance? Okay, das ist richtig traurig. Dann würde ich auch mit vollster Härte davon abraten. Also, selbst, dass die Coins auf Binance und KuCoin und so liegen lassen, ist meiner Meinung nach keine so gute Idee. Also, wenn du jetzt nur ein Huni hast oder auch wenn du 500 hast, dann mach halt. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber wer da ein paar Tausend drin hat, würde ich nie tun. Aber wenn du es nicht mal wegschicken kannst, ist das ernsthaft einfach nur erbärmlich. Und ich habe auch E-Toro nie genutzt und wenn das so ist, dann wird sich das wohl auch nicht mehr ändern. So, was hältst du von Marketpeak, falls du die kennst? Habe ich gehört. Wahrscheinlich auf Twitter mal gesehen. Ich glaube, das ist doch eine Website oder so eine News-Plattform oder so. Oder irre ich mich gerade? Marketpeak ist ein Community-belohnendes Gateway für Blockchain und Führungsausbildung. Ach, das ist das, das ist das. Was ist das, ist das diese Plattform um, äh, um sich, ist das diese E-Learning-Plattform oder was? Äh, kannst du einmal kurz mehr schreiben? Ich weiß gerade nicht genau. Also, ich habe das noch nie genutzt. Kann ich dir jetzt erstmal nicht viel zu sagen. Aber falls das diese E-Learning-Plattform sein soll, dann bin ich da nicht so ein Freund von. Regel Nummer 1, not your key, not your coin. Safe, safe, safe. Eine Mille, no ways. Deswegen absolut. Aber ich kann auch sein, dass ich den Artikel nicht richtig verstanden habe. Ich werde den nach dem Stream nochmal komplett durchlesen, weil so lang ist der jetzt auch nicht. Und wer den gerne selbst lesen will, der, ja, soll das irgendwie mal in die Community-Telegram-Gruppe schreiben oder mir persönlich auf Telegram schreiben. Dann checke ich ihm das gern, leite ich ihm weiter. Aber, wie gesagt, kann auch sein, dass ich es missverstanden habe. Er prognostiziert auf jeden Fall jemanden einen Millionen-Kurs für Bitcoin. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob es schon für dieses Jahr sein soll. Generell, ob es überhaupt mal eine Million erreicht, das ist viel zu spekulativ. So weit werde ich mich hier nicht aus dem Fenster lehnen. Aber selbst das ist schon, also irgendwie 100, 200.000 schon ein Jahr, würde ich persönlich sagen. Aber eine Million, keine Ahnung, viel zu weit hergeholt, da jetzt drüber zu spekulieren. So, ich glaube, auf eToro spekuliert man nur auf den Kurs. Man besitzt keine Bitcoins. Ach, du kannst ja den halt nur so long und short machen, oder was? Einfach nur sagen, wird hoch, wird runter gehen, oder wie, oder was? Weiß ich ja nicht. Trotzdem klingt eToro für mich gerade nicht so geil. Martin Übrigenz, vielen Dank für die 4 Rosen, Bro. Hat jemand Kryptowährungs-Apps, wo man nur Foto machen muss vom Ausweis, kein Bock auf Anruf? Ja, also wie gesagt, bei Binance, KuCoin, Maxi, ja gut, Maxi, dafür kannst du nicht mit Euro einzahlen. Das ist für dich dann vielleicht die falsche Adresse. Aber Binance musst du halt auch nur Ausweis hochladen. Ich glaube, noch irgendwie ein Foto von irgendeinem Anschreiben von der Bank oder so, dass die halt deine Adresse bestätigen können. Aber das ist es dann auch. Also einen Call musste ich persönlich bisher für Krypto auch erst einmal machen, aber ich weiß gar nicht mehr wo. Kann sein, dass du auch Coin bist, ich weiß es nicht. Verbindung war gerade unterbrochen. Kannst du nochmal kurz wiederholen zu dem Link mit dem Artikel? Es tut mir sehr leid, wenn die Verbindung unterbrochen war. Eigentlich müsste ich hier Baba-Internet haben und eigentlich wird mir auch angezeigt, wenn meine Verbindung misst ist. Aber gut, also der Artikel, wer den Link haben will, schreibt das in unsere Community-Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr in meiner Bio hier auf TikTok, auch auf Instagram, auch unter den YouTube-Videos. Eigentlich überall. Wer danach sucht, wird es finden. Und dann kann ich das da reinschicken. Und falls ihr nicht wollt, dass das in der Gruppe steht, warum auch immer, dann könnt ihr darüber auch meinen Privatnamen finden, weil ich ja Gruppenadmin bin. Ich habe auch nur den Telegram-Account, also ja. Hast du ein Hardware-Wallet oder Software-Wallet? Ich habe gefühlt alles. Also ich habe ein Hardware-Wallet, ich habe, da ist was drauf. Ich habe ein Metamask-Account, da habe ich auch was drauf. Ich habe auch das Kepler-Wallet am Start. Ich habe ein Solana, die App dafür. Ich habe auch Cardia-Chain-Wallet. Da absolut alles, halt für die unterschiedlichen Zwecke. Fürs Staking da, fürs Hoddeln da. Die Sachen, die ich vielleicht mal wieder schnell verkaufe, lasse ich auf Beidens dann doch mal liegen. Also ich bin da sehr breit aufgestellt. Dr. Brumm, hi. Hi zurück, Bro. Schön, dass du am Start bist. Albi ist Quatsch. Alleine solche Artikel sollten nur den Kurs pumpen. Albi? Ich weiß gerade nicht, was du mit Albi meinst. Also ich denke mal, du meinst halt einfach den Artikel mit der Million, den ich geschrieben habe. Ja, keine Ahnung, Bro. Also, weiß ich nicht. Es ist für mich auch ein bisschen weit hergeholt, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und, ach, sollen die doch schreiben. Ich falle jetzt eh nicht auf irgendwie so eine Pump-and-Dump-Sachen, jedenfalls nicht wirklich mehr rein. Da gewöhnt man sich viel zu schnell dran. Was hältst du von Kraken? Hab ich noch nie genutzt, hab aber auch noch nie was Schlechtes davon gehört. Also, ich habe ein, zwei Kollegen, die das nutzen. Die sind damit ganz happy. Die sind aber auch absolut nicht tief im Krypto-Game. Deswegen, keine Ahnung. Die haben halt auch nur Ethereum und Bitcoin gekauft. Und ich glaube, auf Kraken gibt es auch gar nicht so viele. Außer ich verwechsel das gerade. Lass mich mal kurz schauen. Das dürfte man ja eigentlich auch über CoinMarketCap rauskriegen. Da, Börsen, Kraken. Die haben Coins. Muss ich jetzt echt komplett runterscrollen? Als ob es hier keine Übersicht dafür gibt. Leute, ich gehe kurz auf CoinGecko. CoinMarketCap nervt. So, jetzt gibt mir hier Kraken. Da haben wir Kraken. Und bei Kraken gibt es 124 Coins. Das ist halt okay für den Start. Also, deutlich mehr als ich dachte. Ich dachte halt gerade echt, nee, ich habe das glaube ich mit Bison verwechselt. Da gibt es halt irgendwie nur 10, 20 Coins. Nee, Kraken klingt okay. Aber wirklich krass viel gibt es da jetzt auch nicht. Und die werden auch 124 Coins angezeigt. Und darunter ist zweimal Tether. Achso, nee, das sind die Paare. Okay, das ist nicht eine Extraliste. Okay, alles gut. Nevermind. Ja, aber kann man locker machen. Und ich glaube, Kraken ist auch aus München oder so. Außer ich verwechsel das gerade schon wieder mit Bison. Deswegen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nichts Schlechtes. Naja, du nicht. Nicht, aber Neulinge schon. Ja, safe. Neulinge, ja, was soll man machen? Aber es wird immer. Elon Musk macht gefühlt auch Pumpe Dump. Unsere eigene Regierung hat gefühlt Pumpe Dump gemacht, als sie Bitcoin verbieten wollten. Ja, die haben selber nur ihre Bags aufgefüllt, als der Kurs der mal wieder 5% runtergegangen ist wegen so einer Meldung. Weiß ich nicht. Kennst du NIOB? Ich habe keine Ahnung, was NIOB ist. Ist das ein Coin, Bro? Ist das ein Coin? Ich habe hier auch noch Mathe-Rechner offenbar. Achso, ja, stimmt. Wenn man denn mal kurz ausrechnen muss, was Bildschirmdiagonale in Breite bedeutet. NIOB. NIOB Finance. Das Logo kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist auf meiner Liste für die Was-ist-Folgen. Aber kennen tue ich das noch nicht. Platz 6000. Boah, das muss ja noch. 5 Millionen Market Cap. Okay, das ist winzig. Wo kauft man den? Nur bei Pancake Swap. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich da denn ein Video drüber mache. Das ist ja noch sehr klein. Da ist die Scam-Gefahr, glaube ich, noch zu groß, um das auf YouTube zu ballern. Ich meine, ich mache ja keine Werbung. Ich sage einfach nur ein bisschen meine Meinung und will euer Wissen über Krypto ein bisschen erweitern und euch mal vorstellen, was so alles geht. Aber man muss ja trotzdem die Chance nicht unnötig hochschrauben, aus Versehen Werbung für einen Scam zu machen. Weil so ein bisschen Werbung macht man indirekt ja irgendwo immer. Da kann man ja gar nichts gegen machen. Morgen kommt übrigens das Video zu TreasureDAO. Das hatte irgendwer von euch auch reingeschrieben und das war auf der Liste und das habe ich mir angeschaut. Ist auch schon aufgenommen. Schneide ich nachher noch und da geht's los. So. Never invest in Day One. Ich weiß nicht, was du meinst, Bro. Worauf bezog sich die Nachricht? Auf NIOP? Ja, okay. NIOP ist halt auch tatsächlich erst am 8.3. gelauncht. Da trifft Never invest in Day One wohl auch noch zu. Und seitdem schon, ja nee, geht 20% oder so abgerauscht. Das ist sogar fast noch in Ordnung für einen neuen Coin. Da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Video zu Telos wäre nice. Gucke ich mir mal kurz an, ob das von der Bekanntheit so passt oder ob das auch übelst winzig ist. Nee, Platz 239. Dann ist das bestimmt ja schon auf zig Börsen. Ja, Gateyo, KuCoin, Bitfinex, Maxi. Junge Junge, das ist ja überall zu haben. Ja nee, Telos notiere ich mir. Das kommt mit. Vielleicht ist das sogar schon notiert. Ich habe keine Ahnung. Es stehen 50 Sachen auf der Liste. Ich habe mir die nicht alle gemerkt. Aber ihr könnt immer wieder gerne Vorschläge reinschicken. Weil die 50 sind sehr wahrscheinlich auch sehr relativ zu betrachten. Denn, ja, ich habe nämlich mal heute zum Beispiel musste ich drei Sachen, die ihr mir geschickt hattet, halt rauswerfen. So, und konnte darüber kein Video machen. Und wenn das halt noch öfter passiert, dann werden aus 50 auch mal schnell nur noch 20. Und bevor ihr euch wundert, nein, ich habe die nicht rausgeschmissen, weil ich irgendwie die nicht mag. Oder eure Meinung nicht respektiere oder sowas. Irgendwer meinte das schon mal und das ist natürlich komplett der Schwachsinn. Aber das eine davon sah sehr nach einem Scam aus. Das nächste hatte ausschließlich eine Website auf Chinesisch, wo man die Sprache nicht umstellen konnte. Und ich werde sicher nicht über eine Seite erzählen, wo ich alles nur durch Google-Übersetzer weiß. Und das dritte, das war als Projekt zwar in Ordnung. Aber da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich euch das im Video fassen kann. Weil das ein sehr, sehr technisches, sehr kompliziertes Thema war. Und ich da selbst nur so zwei Drittel gecheckt habe, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen, dazu kommt nichts. Und dann ist es halt Treasure Dao geworden. Das ist schon eher interessant, aber es werdet ihr ja morgen sehen. Kurzes Video, wie immer hier auf TikTok. Und ein komplettes YouTube-Video. Komplette Vorstellung auf YouTube. Market Peak ist eine Plattform, wo man Pakete kaufen kann. Education Videos, Trading Board, 1 zu 1 Coaching. Ja, okay, okay, okay. Das ist aber nicht so meins, muss ich gestehen. Also soll man machen. Und wenn es da Gratissachen gibt, dann gönnt euch Fett. Das ist immer cool. Aber so, weiß ich nicht. Mit diesem ganzen Coaching-Zeug ist halt für mich immer die Chance zu hoch, da mal an irgendeinen Scam oder Schwachsinn zu geraten. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, was Videos drüber machen angeht. Oder irgendwelche Kooperationen eingehen. So, Telos habe ich mir auf jeden Fall mal notiert. Und das steht, glaube ich, auch noch nicht drauf. Das habe ich gerade gar nicht überprüft, sondern es ist einfach nur notiert. Aber nö, haben wir noch nicht drauf. So, lohnt sich noch Bitcoin-Mining locker? Also sehr wahrscheinlich machen viele immer noch Bitcoin-Mining. Ich habe da selbst nicht so die Riesenerfahrung. Und werdet ihr da jetzt auch nicht so viel drüber erzählen können. Aber ich denke mal mit den richtigen Stromkosten, richtigen Equipment, richtigen Knowledge auf jeden Fall. Dafür machen es einfach noch zu viele Leute, von denen ich das Gefühl habe, dass sie schon ziemliche Ahnung haben. Und wenn die das weiterhin machen, dann wird sich das auch noch lohnt. Die sind ja auch nicht dämlich. Telos ist, denke ich, technisch sehr gut. Also wie gesagt, gucke ich mir an. Habe ich auf die Liste geschrieben. Und es kann ein bisschen dauern. Wie gesagt, es sind 50 Sachen drauf. Und es ist dann jetzt halt Platz 50 oder 53 oder so. Aber wer weiß, ob dazwischen noch was rausfliegt. Manchmal überspringe ich auch ein, zwei Sachen und bringe die erst ein paar Tage später, weil ich auch nicht drei Was-ist-Folgen hintereinander nur über Games sprechen möchte zum Beispiel. Dann mache ich, auch wenn als nächstes in der Liste ein Game kommen würde, erstmal wieder was anderes, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen für euch und auch für mich. Aber es kommt irgendwann safe. Und dann auch hier auf TikTok, falls du keine Zeit haben solltest oder kein Interesse, dir ein komplettes YouTube-Video mit detaillierten Infos reinzupfeifen. Ja, lohnt sich, wenn du eine 30,90 hast, machst. Martin, danke schon wieder für die Rosen. Ich küsse dein Herz. Du bist auf jeden Fall auch jedes Mal krank motiviert. Aber ich bin ja schon erleichtert. Letztes Mal seid ihr komplett crazy gegangen. Und ich dachte schon, ihr hättet mir da sonst was für Summen geschickt. Und ich danke euch natürlich trotzdem. Aber es war Gott sei Dank nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Weil dann hätte ich gar nicht gewusst, was ich dazu sagen soll. Aber hier bei TikTok hält sich das ja noch halbwegs in Grenzen. Da kann man ja auch mal wirklich einfach nur aus Nettigkeit so ein paar Mini-Donations raushauen. Werd ich auf jeden Fall auch mal machen. Nur, irgendwie ist nie jemand live, den ich feiere. So, aber habt einen gewissen Betrag, muss man sich wegen Steuern dann noch schauen. Ja, sowieso. Also bei Mining, Staking müsst ihr immer wegen Steuern gucken. Also, hoddeln geht klar nach einem Jahr. Keine Steuern, mega entspannt. Wird auch nicht ewig so bleiben, bin ich mir sehr sicher. Aber aktuell ist das noch sehr entspannt. Staking ist schon schwieriger. Also, das zu versteuern ist auch nicht so kompliziert. Aber die Steuern sind höher. Schon unentspannter. Aber beim Mining ist es richtig komisch. Da drückst du gefühlt schlussendlich auch mehr als 50% ab. Glaube ich jedenfalls. Wird sich Endes Jahres zeigen. Wenn ich denn mein Mist versteuern muss. Zumindest Helium muss ja safe versteuert werden. Planet Watch, da kann man sich vielleicht irgendwie noch ein bisschen drum herum reden. Weil das ja nicht wirklich richtiges Mining ist. Aber da werden wir mal schauen. Da werde ich euch sicher auch ein Update bringen. Ich habe da viele Videos geplant. Auch was so Updates angeht. Und wenn ich irgendwann mit YouTube Geld verdienen sollte. Dann werde ich euch das auf jeden Fall auch in dem Video immer mal updaten. Was da so geht und so. Weil, ja, warum nicht? Mich persönlich hätten solche Videos immer interessiert. Und deswegen werde ich sie auch machen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Und was TikTok-Einnahmen angeht. Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. Sollte sich da irgendwann was ändern. Kommt natürlich auch noch ein Update. So, wie viele Coins. Sorry, ist gerade ein bisschen weggeglitscht hier. Wie viele Coins hast du circa in deinem Portfolio? Warte, das kann ich dir. Geschätzt 12. Aber ich kann dir jetzt auch mal live reingucken. Muss ich mich hier kurz anmelden. Oh, ich dachte gerade. Oh Gott, ich dachte gerade auch irgendwie. Ihr könnt sehen, was ich hier eingebe. Und seht jetzt mein Passwort. Aber es gibt auch gar keinen Sinn. Portfolio. Jetzt ist da irgendwas im Weg. Portfolio sind aktuell. Warum lädt es nicht? Schaut uns an die 250er-Leitung. 2, 4, 6, 18, 12, 14. Okay, es sind sogar 16. Aber da sind halt auch noch die Sachen aus dem Community-Portfolio dabei. Und von den 5 Coins habe ich, glaube ich, 3 oder 4 nur. Ne, 3 davon nur. Weil ihr gesagt habt, dass ich das holen soll. Fürs Video. Deswegen. Meinung ApeCoin habe ich noch nie was von gehört. Aber klingt erstmal nicht wirklich nach was, was ich feiere. Achso, lol. Oh mein Gott. Ich dachte gerade an was ganz anderes. Nein, natürlich ApeCoin. Ja, Dinge. Sorry, Leute. Es ist spät. Und ja, ApeCoin finde ich interessant, aber locker überbewertet. Also, weiß ich nicht. Also, es gibt ja noch nicht wirklich eine crazy Utility. Ich denke mal, es wird dann für ihr Metaverse genutzt werden. Dementsprechend ist es schon stabil. Und halt so auf so einer wavy Sandbox und so. Und Mana. Aber werde ich jetzt, glaube ich, nicht holen. Wenn der Preis jetzt nicht irgendwie übelst dippen sollte, habe ich es nicht vor. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann man machen. Warum ist Ethereum Classic so gestiegen? Ich bin überhaupt keine Ahnung, was Ethereum Classic macht. Also, ich weiß, dass es existiert. Ganz, ganz, ganz am Anfang von meiner Kryptophase, wo ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, hatte ich auch mal irgendwie ein bisschen davon. Weil ich dachte so, hat mit Ethereum zu tun. Wie so ein richtiger Otto. Aber, keine Ahnung, Mann. Wie krass ist das denn gestiegen? Oder hat das jetzt so eine krasse Welle geschoben, dass wir uns das jetzt hier echt mal so richtig angucken müssen? Okay, 17% an einem Tag ist schon nicht ohne. Was hat innerhalb von einer Woche? 50%? Ja, okay, das ist krank. Ey, keine Ahnung, was da abgeht. Werde ich mir mal notieren, dass ich Mission Classic mal ankomme. Also nicht für ein Video, aber so für mich allein. Ähm, noch viel zu gehypt und aufgeblasen. So zeitgenau bin ich ganz bei dir. Warum streamst du nicht auf Twitch? Ich habe jetzt überhaupt erst das Equipment. Ich habe hier so eine übelste wilde Webcam mir geholt. Ich kann euch die jetzt mal zeigen. Nutze sie ja gerade eh nicht. Mit der werden jetzt auch die Videos aufgenommen. Ja, die YouTube-Videos werden jetzt mit einer Webcam aufgehoben. Aber das ist eine 4K-Webcam. Ich habe da schon darauf geachtet, dass das was Gutes ist. Und das Ding sieht so aus. Und das kann sich halt so in alle Richtungen drehen. Das kann ich auch so im Raum tracken und verfolgen. Und ich denke mal, für Livestreams und so wird das auch angenehm werden. Also, ja, das hat auch vierfachen Zoom, 4K, Gesichtstracking, kann zoomen, vierfach verlustfrei. Also ist schon ein Baba-Gerät, war auch nicht ganz billig. Aber ich will es ja auch für die YouTube-Videos verwenden, damit ich halt OBS nutzen kann. Und wirklich live auf das, was ich sage, auch nebenbei auf der Website zeigen kann, was ich da halt mache. Habt ihr ja, denke ich mal, in dem Hebel-Trading-Video schon gesehen. Und da wollte ich halt schon lange hin. Weil einerseits ist das für euch angenehmer, wenn ihr wirklich seht, was ich da gerade mache. Und ich nicht im Nachhinein nur die Website rüberschneide. Und außerdem ist es halt auch für den Workflow deutlich angenehmer. Weil vorher hab ich es halt mit meinem iPhone gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab halt die Videos mit dem iPhone aufgenommen. Und das ist halt unfassbar nervig und aufwendig. Das ahnt ihr nicht. Du musst das jedes Mal reinhängen. Du siehst nicht, was du machst. Du musst das nebenbei irgendwie auf deinen Apple-TV-Stream, dass du was siehst. Richtig pain. Aber jetzt geht's mehr ab. Videos werden öfter und angenehmer kommen. Und Twitch ist in Planung. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich dafür aktuell genug Fans, Follower, whatever hab, die wirklich Bock hätten, auf Twitch zu gucken. So, und ich brauch ja nicht mit drei Leuten auf Twitch-Stream. Auch wenn's angenehmer ist, wenn ihr seht, was ich mache. Äh, wenn aber hier deutlich mehr Leute zuschauen und sich im Gespräch beteiligen können. Also wenn ich rausgehe und in Stablecoin muss ich halt Steuern zahlen. Nur wenn ich ein Jahr komplett halte. Ja genau, also du musst schon Steuern zahlen, äh, wenn du, ähm, das vor einem Jahr verkaufst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Spekulationssteuer oder wie das heißt. Auch wenn du's nur swappst. Ah, zumindest so halt, wer du Gewinn machst. Wenn du Verlust machst, ja, nicht. Dann musst du das, kannst du es jetzt sogar gegenrechnen. Aber bei Gewinn, safe, safe. Ähm, wünscht mir Glück. Habe jetzt nochmal mit Verifizierung probiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Folli-Emir. Das wird hoffentlich was. Dein Internet, Bray. Falls du mein Internet meinst, es tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, die 250K-Leitung ist eigentlich am Start. Ich hoffe es für die. Daniel Düse-Trieb, schön, dass du auch am Start bist. Freut mich sehr. Äh, hallo, wenn du deine Coins einer liegen lässt, ist es steuerfrei. Genau, genau, genau. Ähm, achso, ich lagge bei euch gar nicht. Das war nur bei dem einen, okay, das tut mir denn leid. Ähm, weißt du, was heißt, es tut mir leid, da kann ich ja nichts für. Eigentlich müsste das Internet auch laufen, aber ich seh das hier eh nicht, wenn irgendwas laggt. TikTok zeigt einem hier irgendwie nicht wirklich was an, neuerdings. Ähm, Transaktionen festhalten. Ich geh mal ins Bett, dann Knori, nee, Kno, doch, Knori TV. Ich wünsch dir eine gute Nacht und einen erfolgreichen Start in den Montag. Ähm, und ja, hallo 75288. Ich kenne Veracity. Ist auf jeden Fall eine solide Sache. Deine Meinung zu diesem Hotspot? Toll, Cedar, Mandrill. Das gucken wir uns mal an. Das ist auch mal ein interessanter Wechsel hier. Und zwar so eine kleine Helium-Hotspot-Reaction. Das finde ich cool. Ich werde hier mal schauen. Ich werde hier mal schauen. Öffne hier mal den Helium Explorer. Und den gucken wir uns, den mal an. Ähm, wie ist der jetzt? Toll. Cedar, Mandrill. Na komm, na komm, na komm. In Hamburg. Ähm, insane, Bro. Wenn es deiner ist, dann mein absolut herzlichen Glückwunsch. Du bist ja dann fast bei irgendwie 800 Dollar im Monat. Holy shit, Alter. Bei 1000 Dollar. Also meinen herzlichen Respekt. 170 Witnesses. Das ist geisteskrank. Also falls es deiner ist, der Typ macht hier alles richtig. Und 2,8 dBi. Da seht ihr es. Die dBi sind nichts alles. Aber 100 Meter. Und 100 Meter ist halt Killer. Wobei 100 Meter, Alter, ist schon fast ein bisschen zu Killer. Und es ist auch nicht Hamburg. Ich hab mich geirrt. Ähm, es dürfte... Ach, keine Ahnung, was das ist. Aber... Herzlichen Glückwunsch, Mann. Da bin ich grad ein bisschen baff, dass ich hier solch wilde Leute in meiner Community hab. Ich muss mal schauen. Ich hab lang nicht mehr geguckt. Was mein Miner überhaupt hier an, ähm, anderen Minern hat. Also wie viele... Okay, jetzt muss ich kurz gucken, in welcher Straße ich wohne. Hier. So, da bin ich. Und ich habe 17 Witnessed. Das ist für mich absolut okay. Und... Das reicht mir aus. Ist aber längst nicht so krass wie hier der gute... Toll, Sidra, Mandrill. Also das ist einfach insane. Kannst du sagen, wie viel Prozent du circa gemacht hast, seitdem du angefangen hast? Boah. Boah. Schätzungsweise 100%. Also ich hab noch nicht diese ultimativen Gains gemacht. Und ich hab anfangs auch gute Verluste gemacht. Und einen guten Gewinn nicht realisiert, der sich seitdem nie wieder so gut erholt hat. Sonst wäre ich locker schon bei 160% oder so. Nur durch diesen einen Trade mehr. Aber allgemein... Verdoppelt. Das trifft ziemlich gut. Ähm, ja. Geht Streetspotter auch, wenn man kein Internet hat? Ich glaube nicht. Also kann sein, dass wenn du ein Gig schon komplett gestartet hast. Und vorbereitet hast, dass es dann geht. Aber einen überhaupt zu starten ohne Internet? Auf gar keinen Fall. Falsches Mindset. Digi. Du kannst beides laufen lassen. Und der Rest kommt von allein. Twitch. Ähm... Also auf Twitch kriegt man von allein auf jeden Fall schon mal keine Klicks. Das hab ich mir schon von sehr vielen erfahrenen Leuten sagen hören. Da brauchst du schon gut Reichweite irgendwo anders. Du musst die Leute halt ein bisschen mitnehmen. Und was meinst du mit gleich beides laufen lassen? Dass hier der Stream läuft und da der andere oder was? Das könnte man überlegen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das MacBook Air mit M1 einen Livestream packt. So. Also das MacBook Pro hier rafft es auf jeden Fall gar nicht das alte. Ey, das hat es nicht mal geschafft mit OBS aufzuzeichnen. Was da für eine Aufnahme rauskam, war der laggigste Haufen Müll, den ich jemals gesehen hab. Das MacBook Air steckt das top weg. Das wird lediglich ein ganz kleines bisschen warm. Auch nach einer 40 Minuten Aufnahme. Aber ob das ein Stream packt, kann ich grad ganz schwer sagen. Wenn ja, können wir das mal machen. Aber wenn nicht, dann müsst ihr halt warten. So. Dann... Also das klingt jetzt ein bisschen, als würde ich betteln. Versteht das aber auf gar keinen Fall. So ist das nicht gemeint. Aber dann muss ich halt echt einfach noch ein bisschen mehr Geld hier mit meinem ganzen Kram verdienen. Bis ich mir dann mal ein Mac Studio zulegen kann. Und der sollte das Stream hundertprozentig packen. Und dann kommt das auch. Nur da bin ich halt grad ein bisschen am Sparen. Aber ich möchte halt... Ich hab halt das Mindset, dass ich nur Geld in dieses Geschäft, was es in dem Moment ja dann ist, investiere. Was ich auch dadurch eingenommen hab. Und da dauert's natürlich sehr, sehr lange. Bis man mal so ein Mac Studio zusammen hat. So, ich hab ja schon ein Video gemacht, was ich mit TikTok verdiene. Und ich hatte auch erst zweimal irgendwie eine Werbekooperation gemacht. Also es kann auch ein bisschen dauern. Aber ich kann das mit dem Mac Mini mal probieren. Und sollte das gehen. Und wenn's auch nur mit 720p geht, trotz neuer 4K-Webcam, dann kann man das mal machen. Aber nicht mehr die nächste Woche. Und die darauf vielleicht auch noch nicht. Mal gucken. Dein Internet funktioniert 1a. Sehr gut, Bro. Rap One. Ich küsse dein Herz. Das klingt top. Wie kann man als Jugendlicher Geld verdienen? Schwer zu sagen. Also, warte mal. Das ist auch ne komische Frage. Fully Emir, du meinst doch vorhin, du bist volljährig. Dann kannst du mit allem Geld verdienen. Dann kannst du dir auf YouTube meine Side-Hustle und meine passives Einkommen-Playlist angucken. Und das kannst du dann alles machen. Musst du selbst entscheiden, was du davon für dich für richtig hältst und für lukrativ genug hältst. Aber das kannst du alles machen. Über was redest du? Wie meinst du das, hallo? Musst du bitte mich nochmal aufklären, was du dachtest, worüber ich da gerade gesprochen habe. Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Nein, ist mein Hotspot. Der rasiert hier bei uns im Norden alles. Meinst du, was heißt, ja, das habe ich doch vorhin gesagt, dass das dein Hotspot ist. Oder wolltest du eigentlich schreiben, ist nicht mein Hotspot. In jedem Fall macht der Typ alles richtig. Egal, ob das Michael, ob das deiner ist oder der von irgendwem. Absolut gut aufgestellt. Merkt es das, Finanzamt, wenn ich mein Geld auf meine Kryptokarte mache? Kann es merken. Also, wenn du jetzt einen Honey rüberschickst, wird die das einen Scheißdreck jucken. Aber wenn du da jetzt sonst was für Faxen mitmachst, dann kann das dir ja passieren. Ja, na klar. Können die das mitkriegen. Wenn sie wollen, können die alles mitkriegen. Erst recht, wenn du KYC gemacht hast. Bin broke. Wer gönnt 20 Euro Bitcoin in Coinbase? Weiß ich nicht. 20 Euro Bitcoin, dafür lohnen sich ja nicht mal die Transaction-Gebühren. Soll ich mein Coinbase-Wallet zeigen? Also, wenn das für dich in Ordnung ist und du da unbedingt Bock drauf hast, dann werde ich dich nicht aufhalten. Aber überleg dir das gut, ob das so eine gute Idee ist. Ich selbst habe ja auch nie mein Wallet gezeigt und habe es auch nicht vor. Also, ihr könnt immer gerne wissen, was für Coins ich gekauft habe und auch, welchen Coin ich am meisten gekauft habe. Aber die Summen, das ist mein Problem und keine Ahnung. Da können wir irgendwie drüber reden. Ach, weiß nicht. Eigentlich will ich da einfach nicht drüber reden. Ein bisschen was muss auch privat bleiben. Marc Beatbox, guten Abend. Marc, schön, dass du am Start bist. Freut mich sehr. Und danke für das Teilen vom Live. Kennst du auf TikTok CryptoPolite? Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich kenne schon echt viele Crypto-Tiktoker. Ich folge bestimmt schon allein 10 Stück im deutschen Bereich und noch irgendwie 6 Stück im englischsprachigen Bereich. Aber keine Ahnung. Dafür gibt es auch zu viele. Das ploppt immer mal wieder irgendwer auf, der so viele Follower hat wie ich oder jetzt sogar noch, beziehungsweise irgendwie plus minus 5000, von dem ich noch nie gehört habe. Also, da kannst du gefühlt auch nicht einkennen. Und der Algorithmus schlägt dir auch nicht von früher oder später nicht mal alle vor. Mir geht's gut, Marc Beatbox. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir, Bro? Achso, es ist nicht deiner. Okay, ja, das hast du ja vorhin nicht geschrieben, aber alles cool. Trotzdem Respekt an den Dude, der den betreibt. Kann man sich auf jeden Fall ein Vorbild von nehmen. Und wenn ihr solche Positionen habt mit 100 Meter Höhe, dann macht es. Dann ist es auch immer noch goddam lukrativ. Ich meine, der Typ zahlt in einem Zweidrittelmonat sein Miner ab. Bei dir ist DE3-Chat ein bisschen buggy gewesen. Ein bisschen buggy deswegen. Bei dir ist der Chat ein bisschen buggy deswegen. Achso, ja, da kann ich überhaupt nichts dran ändern. Das hat nicht mal was mit dem Internet zu tun. Da ist TikTok einfach manchmal ein bisschen lost. Was sagst du zum Bitcoin-Verbot? Hab ich neulichst auch schon ein Video drüber gemacht, aber es kommt ja nicht mehr. Also, beziehungsweise sie haben sich jetzt wieder so weit von dem Verbot distanziert durch die neuen Ansagen, dass das für mich sehr unwahrscheinlich ist, dass da noch ein Bitcoin-Verbot kommt oder generell ein Krypto-Verbot. Da werden safe noch Einschränkungen kommen in gewisser Form. Da werden safe auch noch miesere, sorry, das ist übrigens, dass es hier die ganze Zeit bimmelt. Ich mach den Tom aus, das ist Telegram. Ich denk mal der Community-Telegram. Aber da wird kein Verbot kommen. So, mehr Regulierung, schlimmere Steuern, locker, aber Verbot, glaub ich nicht. Dafür können die da einfach auch zu viel Profit mitmachen. So, was wurde mir grad geschickt? Achso, da ist das Coinbase-Wallet. Ja, ach Bro, mein Coinbase-Wallet sieht auch nicht besser aus, aber wer hat sein Geld denn auch auf Coinbase? Also, ich glaub, ich hab's sogar noch mehr als du. Einfach nur durch diese Gratis-Drops, die man da immer kriegen kann. Wenn man diese Fragen beantwortet, hab ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Aber ich würd' das auch nicht auf Coinbase lassen, Bro. Übrigens, Shoutouts an alle, die hier grad in die Telegram-Gruppe, die Community-Gruppe reingekommen sind. Mittlerweile 110 Leute, sehr, sehr nice. Eigentlich meinte ich mal, wir machen Discord auf, wenn wir 100 erreichen. Aber, das überlege ich mir nochmal. Aktuell ist dafür noch viel zu wenig los. Und ich glaub, es dauerte noch locker wieder stundenlang, um einen vernünftigen Discord aufzusetzen. Hast du Bitcoin in der Wallet, die du aufgrund vom Kaufdatum her steuerfrei sind? Sprich, wann war dein erster Bitcoin-Kauf Krypto? So, ich hab Kryptos auf meiner Wallet, die ich steuerfrei verkaufen könnte. Auf jeden Fall. Und Bitcoins hab ich aber gar keine. Also, wenn's wirklich direkt um Bitcoins geht, bin ich nicht drin. Hab ich auch nicht vor, zu kaufen. Bin ich nicht so ein riesen Fan von. Hab damit aber auch kein Problem. Also, bitte keine Diskussion anfangen. Ich hasse kein Bitcoin. Ich find einfach nur sehr viel besser. So, wäre cool, wenn du dich mit der Seite Coinlist auseinandersetzt. Sie machen ICOs für neue Coins. Was war denn nochmal ICO, Bro? Da bin ich mir ganz unsicher. Ist auch schon wieder spät. Und ich sag, ich wusste das auch mal. Aber ICO... Ne, ne, ne. Bedeutung. Ich geb hier noch Bedeutung ein. Meaning. Initial Coin Offering. Achso, achso. Ja, okay, okay. Halt so Airdrops dann, oder was? oder Pre-Sales. Das klingt aber ganz cool. Das schreib ich mal auf die Liste auch noch mit drauf. Wie hieß der Aal? Äh, Coinlist. Das hab ich aber schon mal gehört. Das hab ich schon mal gehört. Da kann man bestimmt mal ein Video drüber machen. Äh, demnächst kommt eh noch ein kleines Mini-Video-Format mit irgendwie drei, vier Parts, wo ich immer mal so eine nützliche Website fürs Thema Krypto vorstelle. Und das kommt auch nur hier auf TikTok. Vielleicht schneide ich das mal irgendwann alles nochmal zu einem YouTube-Video zusammen, aber ich glaube nicht. Das, ja, ich denk mal, da werde ich schon diese Woche ein, zwei Folgen von hochladen. Und ich hab auch vor in Zukunft immer mal wieder News-Videos anzubauen. Also das soll hier kein kompletter News-Channel werden, aber ich lade ja jeden Tag zwei Videos hoch und an manchen Tagen hab ich auch nicht so viel Zeit. Außerdem lese ich die News selber und bin manchmal auch, will mich auch mehr damit auseinandersetzen und viele haben gar nicht die Zeit, den ganzen Tag die News zu verfolgen. Und deswegen werde ich das immer mal wieder einbauen, wenn halt wirklich interessante News kommen. Jetzt nicht für jeden Mist, jeden Tag dreimal News, aber werde ich auch öfter mal machen. Aber natürlich auch noch das ganze Zeug wie bisher weiter. Selbstverständlich, Leute. Ich küsse dein Herz, Bro. Sehr, sehr edel von dir. Ah, jetzt hab ich hier gerade aus Versehen was in Chat geschrieben, glaube ich. Oh Mann, oh Mann. TikTok ist echt manchmal ein bisschen buggy. So, was kam mir in der Zwischenzeit noch für neue Fragen? Servus. Come out and play. Äh, 87, ich freu mich, dass du am Start bist. Peace. Ja, Dashy, du. Dich hab ich ja gerade schon gesehen. Allein schon durch die Rosen. Du bist ja auch schon öfter hier gewesen. Freut mich sehr. Da gab's zum Beispiel Solana für 0,22. Ich tu mich nur schwer rauszufinden, ob die neuen Coins Potenzial haben. Ja gut, aber du musst ja auch nicht direkt sonst wie viel Geld investieren. Wenn du einfach nur denkst, das klingt gut, aber dir trotzdem nicht sicher bist, ob sich das durchsetzt, dann kann man ja immer trotzdem so ein 50er oder so reinstecken. So, immer noch besser als wirklich richtiges Glücksspiel zu machen, weil das ist ja nicht mal interessant. Das ist ja dann wirklich nur lächerlich. Coins kaufen, gerade solche ist auch Glücksspiel, aber ich finde, es macht wenigstens noch mehr Spaß und man setzt sich mit interessanten Themen auseinander. Aber wenn du halt bei einem Coin nicht mehr das Gefühl hast, dass der dich interessiert, dann würde ich da auch nie was investieren. Was hältst du von Trading Bots? Äh, bin ich kein Freund von. Da hab ich schon mal einen getestet. Kommt auch, glaube ich, in ein, zwei Wochen nochmal ein kleines zusammenfassendes YouTube-Video zu, was ich da für Erfahrungen gemacht hab. Aber war nicht wirklich gut. War jetzt auch nicht übel schlecht, aber hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Ähm, krasse, 88 Cent in Coin bin ich stabil, ne? Ja, ach Bro, was soll ich sagen, Mann? Die hast du ja bestimmt dann auch durch irgendein, ähm, so ein Quiz-Airdrop bekommen oder was. Ja, äh, wenn Altcoin-Season kommt, welche Coins würdest du jetzt hoddeln? Irgendwelche Favoriten? Aktuell sind meine Favoriten immer noch. Hedera und Phantom, Quant und natürlich alles aus dem Kosmos. Sag, was hab ich denn grad runtergeworfen? Gershi, danke für die ganzen Eistüten, die du grad reingeschickt hast. Und den Panda und wer weiß, was da grad noch kommt. Das wird mir eh alles immer viel zu spät angezeigt. Ich küsse dein Herz. Ähm, also, ja, und ich würde demnächst, wollte ich nochmal Osmoses holen und irgendeinen Coin hier von euren ganzen Vorschlägen. Aber wollte ich auch noch kaufen. Ich weiß aber grad gar nicht mehr welchen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das sagen werde, weil, ja, ich will halt nicht so viel Werbung machen. Die Was-Ist-Videos sollen wirklich einfach nur Vorstellungsvideos sein, um euren und meinen Horizont zu erweitern und keine Werbung. Und wenn da jemals mal Werbung mit drin ist, irgendein Video ich bezahlt werden sollte von irgendeinem Coin, dann wird das gekennzeichnet sein. Oder, beziehungsweise, ich werd das halt eindeutig am Anfang des Videos sagen. Dann hab ich ja auch im Disclaimer immer drinstehen. So, Pre-Sales, Crowdfunding. Das wirkt grad für mich sehr in den Raum geworfen. Ich weiß nicht grad, wie du das meinst, aber Pre-Sales und Crowdfunding ist eine sehr stabile Nummer. Wenn du einen Discord machst, könnte ich dir helfen. Ja, ist das denn so aufwendig, wie ich mir das vorstelle, oder geht, klar? Also, ich bin jetzt nicht technisch unversiert, also, ich nutze schon sehr viele Apps in sehr vielen verschiedenen Bereichen, kann auch ein bisschen programmieren, bin Fachinformatiker, also, daran soll es nicht scheitern, aber ich stelle mir das halt ein bisschen mühselig vor. Fully E-Mir, Fang-Mini-Job an. Ich weiß nicht, auf welche Nachricht das bezogen war, es tut mir leid. Coindist ist nicht so geil. Karma-Ranking-System und Support braucht Wochen. Okay, das ist mies. Das ist aber gut zu wissen, sollte ich da irgendwann mal überlegen, ein Video drüber zu machen. Oder auch wirklich eins machen, denn sollte man das natürlich trotzdem miterwähnen. Hatte schon über 4K, mein Wallet, aber dieses Geld habe ich dringend gebraucht, deswegen. Also, du solltest auch kein Geld in Krypto investieren, was du dringend brauchen könntest. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz falsche Herangehensweise. Also, ich werde einen Teufel tun und irgendwelches Geld zu nehmen, was ich investiert habe, um mir irgendwas anderes zu kaufen. Was ich investiert habe, das bleibt investiert. Das wird maximal rausgenommen, wenn ich fette Gains gemacht habe, wenn ich irgendwie ein Taui investiere und da 3.000 draus mache, dann nehme ich vielleicht den Taui wieder raus und kaufe mir was Schönes und trade dann mit den 2.000 weiter und kaufe damit was anderes. Aber ansonsten wird dieses Geld nicht angerührt. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, das genauso zu machen. Investiert kein Geld, was ihr in 3, 4 Wochen oder 2 Monaten irgendwie brauchen könntet, weil euer Auto kaputt geht. Lasst euch immer noch Notgroschen übrig. Und wenn ihr nur 1.000 Euro überhaupt habt, dann investiert halt auch einfach nicht. Kaufe ich mir bald mir ein Bitcoin bald? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Gehst du Gym? Also, ich persönlich gehe nicht in Gym. Auf gar keinen Fall. Bin A, nicht so ein Fan und B, hab auch wirklich keine Zeit dafür. Also, ich wüsste nicht, wie ich das noch machen soll. Außerdem bin ich halt unfassbar sparsam. Mein ganzes Geld geht halt nur in irgendwelche Investments. Ich bin ja längst nicht nur in Krypto drin. Ich nutze P2P. Ich nutze Sachen wie Juicy Fields. Ich habe ein ETF-Portfolio. Ich habe zum ETF-Portfolio, wenn ihr Bock habt, kann ich auch mal ein Video machen. Das sollte klar gehen. Ich habe ein paar Einzelaktien. Ich habe P2P-Kredite. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Ich habe auch ein klein bisschen Gold. Also, alles Mögliche. Und da lege ich meinen Hauptaummerk drauf. Ich investiere mittlerweile fast echt nur noch Geld. Halt wirklich in Investitionen. Selten, nicht mehr so oft wie früher, aber immer noch manchmal in Klamotten. Und sonst eigentlich nur ein Equipment, was ich hier für die Videos benutze. Halt irgendwann den Mac Studio. Denn jetzt hier diese 4K-Webcam. Hier das Mic und das Ringlicht und so. Aber gut, das kann ich dafür auch, sollte ich irgendwann hier mit Geld verdienen, auch wieder von der Steuer absetzen. Und ja, so viel Geld zu verdienen, dass man darauf Steuern bezahlen muss, das dauert ja leider wirklich nicht so lange. Dafür muss man ja einfach viel zu schnell schon Steuern zahlen. Sebastian Reisner, schön, dass du am Start bist. Osmosis, beziehungsweise Atom, promotet doch einen TikToker die ganze Zeit. Ich weiß, ich denke, du meinst dann halt Trade Journey. Aber ja, das macht er, ja. Durch ihn bin ich da auch erst so richtig drauf gekommen. Also, ich mochte Atomo schon vorher. Aber diese ganze Airdrop-Geschichte und so, bin ich auch erst so richtig durch ihn drauf gekommen. Und ich mag die Videos, ich gucke die gerne. Also, ich folge den Mann schon lange. Wir schreiben auch ganz, ganz selten mal privat. Haben auch schon mal miteinander gecallt. Also, es ist ein mega korrekt, der Dude. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal unter dem Kosmos-Video von mir verlinkt. Wenn ich mal darüber gesprochen habe, kann ich nur empfehlen, da auch mal vorbeizuschauen. Und viele von euch, die hier auf Crypto Talk unterwegs sind, werden den sicher auch einfach kennen. Was hältst du von Cardano? Bin technisch da nicht so tief drin, aber irgendwie nicht so ein Fan davon. Aber er kann dir das jetzt auch nicht sonderlich gut begründen. Also, habe ich wahrscheinlich keine allzu ernstzunehmende Meinung zu dem Thema. Bist du in NFTs drin? Ganz, ganz klein bisschen nur. Ich habe ein Last Raptor NFT, wo ich schon gefühlt seit vier Wochen wieder nicht geguckt habe, was seinen Preis macht. Ich bin bei Crypto Space Fleet drin, wo man ja quasi auch NFTs kriegt. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das Hauptaummerk bei mir gewesen, das NFT. Und sonst mache ich da nicht wirklich was. NFT ist halt immer so nervig. Ich habe halt so ein unregelmäßiges Einkommen und manchmal auch Bock, einfach nur ein Hunni in irgendwas zu investieren. Und das kannst du halt bei NFTs nicht machen. Da musst du halt immer wenigstens drei, vier, fünf, sechs, hundert Euro in die Hand nehmen. Weil sonst lohnt sich das halt nicht. Sonst kriegst du damit nichts und zahlst dich mit Gas, Fies, Dumm und Dämlich. Okay, also mein Raptor ist absolut im Wert gesunken. Also ich habe keinen Verlust gemacht, so schlimm ist es noch nicht. Aber der war deutlich mehr wert vor ein paar Wochen. Also es begeistert mich jetzt auch nicht unbedingt dafür, noch mehr in NFTs zu gehen. Und so richtig irgendwie auf irgendwelche Discords zu grinden und auf Whitelists zu kommen. Nö. Und mir wurden schon oft Whitelists angeboten für ein Video, aber da war auch noch kein Projekt da mit dabei, was mir gefallen hat. Und ich habe natürlich, ich meine ich bin auch nur ein Mensch und freue mich natürlich auch, wenn ich ein bisschen Geld verdienen kann. Aber ich werde einen Teufel tun und irgendwie eine Promotion annehmen für was, was ich nicht selbst feiere. Also ich kann gerne irgendwie ein Video für einen Whitelistspot machen, aber dann halt nur für ein Projekt, was ich auch feiere. Und da ist es mir auch egal, dass man mit einem Whitelistspot mittlerweile bei fast jedem Projekt Gewinn machen kann. Aber nö, wenn da mal ein Video zukommt, dann nutze ich ein Projekt, der mich interessiert. Und sollte ich da für einen Whitelistspot kriegen, wird da natürlich auch Werbung drunter stehen. Ähm, ja. So, und bisher, ich glaube, ich habe halt über Last Raptor schon mal ein Video gemacht, einfach nur, weil ich davon halt einen habe. Crypto Space Street, weil ich mit denen halt ein bisschen verpartnet bin. Und dann habe ich schon mal ein Video gemacht über, wie hieß das nochmal, Voxelville, weil ich das Projekt einfach von der Art mega schön finde. Aber da habe ich auch kein NFT von, bin ich nie, äh, habe ich nie einen Whitelistspot gewinnen können. Hat nur ein Kollege schon ein paar gekauft. Und bei dem läuft auch richtig gut. Also ich glaube, der ist da auch irgendwie mit einem 3000 Euro Einsatz auf 11.000 hoch oder so bestimmt. Und sonst gibt es da gar nicht so viele Projekte. Also Like Island ist noch cool, aber da habe ich halt auch nirgendwo ein NFT von. Wie weit bist du mit Casper? Habe ich mir angeschaut, werde ich aber kein Video zu machen, Bros. Tut mir leid. Der Schi. Also meine persönliche Meinung, ich finde das Projekt gut. Ich bin auch ernst am Überlegen, da ein bisschen was zu investieren. Also jetzt nicht übelst die fette Summe. Dafür sind mir denn so meine anderen Sachen noch, doch nochmal lieber. Aber vielleicht so ein Hunni oder so kann man, kann man machen. Mache ich ja gern für so noch etwas kleinere Projekte. Aber ich werde da kein Video zu machen. Der Schi ist, tut mir leid. Dafür ist das Thema ein bisschen zu sehr kompliziert und technisch. Und ich habe, ich war schon eins davor, mich hier vorzubereiten für eine neue Was-Ist-Folge zu Casper. Aber irgendwie, ich bin auf keinen Nenner gekommen, wie ich das Video aufbaue, über was ich da spreche. So, ich konnte nicht mal jeden einzelnen Aspekt, der auf der Seite war, so wirklich hundertprozentig sicher, dass ich das sehr gut erklären könnte. Und deswegen, das ist mir dann zu blöd, das mache ich nicht. Also, stabiles Projekt. Aber ich will euch auch kein Mist erzählen. Ich will auch nicht über ein Projekt reden, wo ich am Ende vielleicht nur die Hälfte verstanden habe. Und das ist komisch. Ich habe mir das aber auf Wiedervorlage gelegt. Also, ich werde mir das vielleicht in drei, vier Wochen nochmal angucken. Und vielleicht bin ich dann fitter drauf oder kann irgendwie damit mehr anfangen. Aber aktuell ist es halt auch echt viel zu technisch. So, die 90, 80 Prozent meiner Follower wird das halt auch überhaupt nicht interessieren. Das merke ich schon immer. Umsobald es umso weniger Oberflächliches wird, umso weniger Leute juckt es. So, und wenn es dann echt schon sehr gut technisch wird, dann kann ich komplett verstehen, wenn sehr viele da einfach nur abschalten. Also, ich habe ohne Karma auf Coins bisher drei Coins ergattern können. Zwei davon mit 2.000 Euro Gewinn. Mega gut, Bro. Sei dir absolut gegönnt. Weiß ja nicht, wie viel du investiert hast. Aber vielleicht hast du ja auch 20.000 Euro investiert. Denn so ein 2.000 Euro Gewinn ist jetzt nicht so viel. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass du einfach mal 20.000 in irgendwelche Mini-Presales steckst. Ein Discord zu machen ist nicht wirklich schwer. Erfahrungen sammeln ist mühselig. Kommt mit der Zeit. Ich werde mir das mal angucken irgendwann. Aber aktuell ist in der Telegram-Gruppe noch nicht mal so viel los. Wenn da irgendwann so viele Nachrichten am Tag reinkommen, dass mir das zu viel wird und ich den Bedarf sehe und der Channel zu haben, dann kommt auf jeden Fall ein Discord. Und wenn wir da irgendwann 200 Leute sein sollten oder so, dann hundertprozentig auch. Aber aktuell wird es halt einfach wenig Sinn machen. Allein wenn ich bedenke, dass wenn da 100 Leute in der Telegram-Gruppe sind und ich sage jetzt, wir machen Discord, es kommen nur 50 mit. Niemals im Leben kommt da mehr als die Hälfte mit. Und das ist dann auch wieder blöd, wenn wir denn nur noch plötzlich 50 Leute sind. So, denkst du, Juicy Fits funktioniert? Ich denke schon. Es sind auch nur noch knapp 25 Tage oder so, bis meine erste Ernte soweit ist. Und dann werde ich dazu auch ein YouTube-Video machen und auch ein kurzes TikTok. Also da kannst du abwarten, da kommt demnächst mehr von mir. Und wenn das alles gut funktioniert und ich da ein gutes Gefühl habe, werde ich da auch auf jeden Fall nochmal mehr Geld reinstecken. Aktuell habe ich ja nur einen Huni-Testweise reingehauen, aber dann werde ich da wenigstens mal irgendwie 3, 4, 500 Euro draus machen. Und das dann irgendwie einfach mal ein Jahr laufen lassen. Ich meine, allein aus 500 Euro, du kannst ja dreimal im Jahr ernten. Und jedes Mal machst du Pi mal Daumen 50% Gewinn. Ich glaube 40 bis 60 oder so. Aber überleg mal. Du hast dann 50, 500 Euro investiert. Dann machst du beim ersten mal 1,5. 50% Gewinn. Dann nochmal nach wieder 108 Tagen. Und dann nochmal. Dann hast du in einem Jahr aus deinen 500 Euro über 1.500 Euro gemacht. Und das ist schon crazy. Und rein rechnerisch kann das nicht ewig gut gehen. Das Problem ist, ich habe das ganze Ding durchanalysiert. Ich habe auf YouTube extra versucht, nur die allerkritischsten Videos zu Juicy Feeds mir anzugucken. Und es gab ein paar. Ich habe mir das alles angeguckt und es soll steuerlich nicht so einfach sein. Das ist auch ein Punkt, den werde ich sicher auch nochmal thematisieren, wenn ich mich damit nochmal genauer auseinandergesetzt habe. Aber sonst sehe ich da keinen Grund, das für unseriös zu halten. Deutsche Firma, Adresse, CEO offengelegt. Ich kenne Leute, die haben da schon ausgezahlt. Es gibt YouTube Videos, wo jemand live auszahlt. Es gibt diverse Foreneinträge, wo Leute sehr zufrieden scheinen und absolut kein Profil haben, was nach Bot oder so aussieht. Und ich sehe einfach keinen Grund, dass das irgendwie Scam sein sollte. Ich glaube einfach, dass irgendwann, wenn da zu viele Leute investiert sind, die einfach die Gewinne runterschrauben müssen oder begrenzen müssen. Du kannst nur noch 5000 Euro investieren oder so. Das wird irgendwann kommen. Weil sonst kann es rein rechnerisch nicht ewig funktionieren. Das macht einfach keinen Sinn. Du kannst nicht Ewigkeiten dauerhaft 50% Gewinn machen. Außer es würde wirklich jeder Zweite nach einmal 50% Gewinn sein, komplettes Geld wieder rausziehen. Aber das sehe ich nicht. Aber gut, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Und aktuell habe ich da ein gutes Gefühl und werde da auch noch mehr Geld reinstecken. Und irgendeiner hier aus der Community hat da glaube ich auch 30.000 Euro drin oder so. Und das war jemand, der hier schon öfter dabei war. Jemand, den ich an sich für einen guten Mann halte. Also, hm. Habe 500 Euro und Joseph jetzt alles androplum. Ja, auf jeden. Das werde ich, denke ich mal, auch machen. Ich habe 90%, 10% Essen, ETC. 90% Krypto, 10% Essen. Ja gut, das kann ich mir nicht leisten. Dafür verdiene ich halt wirklich nicht genug. Ich meine, ich bin nur Student. Ich bin ein bisschen Freelancer. Ich mache jetzt mittlerweile ein bisschen, halt ernst, überhaupt nicht viel. Aber noch ein klein bisschen Geld hiermit. Und habe noch eine andere Sache am Start. Aber 90% Krypto wird nicht funktionieren. Ich gebe gerade mein Bestes, dass es immer so ungefähr ein Drittel ist. Aber das ist an sich auch schon mal stabil als Start, glaube ich. So, schauen wir mal weiter. Ich auch, aber seit es Karma gibt, habe ich es nicht mehr probiert, da es auch oft Probleme gibt. Was ist dieses Karma auf Coin-List? Kann mir das mal einer bitte kurz erklären? Dashy, da gab es bisher nur zwei Sales mit der Karma, was gebracht hat. Und der letzte Coin ging ohne. Ähm. Okay. Ähm. Ich werde mir das mal angucken. Ich werde mir das mal angucken, Leute. Dornos, schön, dass du auch am Start bist. Du hast auf jeden Fall mal die wildesten Kommentare unter den Videos. Was geht? Hast du noch Fragen wegen den Free Mints? Ich glaube, wir beide haben noch nicht auf Telegram oder Insta oder so geschrieben. Da könntest du mich gerne mal anschreiben, weil ich hätte noch irgendwie ein paar Fragen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier nebenbei so im Chat klären wollen und dann die nächsten 15 Minuten nur über Free Mints reden. Weil das kann man auf jeden Fall testen. Wenn die wirklich free sind, auf jeden Fall. Wenn da noch Gasfees dazukommen, kann ich das trotzdem mal probieren. Wir haben ja mittlerweile im 1000-Euro-Projekt schon ein paar Euros drin. Und auch privat würde ich es sicher mal probieren. Unabhängig von dem 1000-Euro-Projekt. Aber ein paar mehr Informationen wären da noch gut, weil ich das noch nicht so ganz checke, wie das sein kann, dass dauerhaft da NFTs rauskommen, die man for free minten kann, die alle Profit machen. Denn würde ja jeder dort seine NFTs holen. Und warum holt sich jemand den dann für Geld von dir, wenn er ihn einfach da hätte free minten können? Das macht für mich irgendwie wenig Sinn, das Prinzip. Außer du machst halt jedes Mal nur so einen Euro-Gewinn, okay. Casper gab es zum Beispiel auch auf Coins für ca. 2 Cent. Da gab es schon einige große Coins im Vorfeld, okay. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich habe das ja auch hier notiert und werde das nochmal ein bisschen höher schieben, weil das ist wahrscheinlich auch nicht mal was für eine Was-Ist-Folge, sondern eher für ein TikTok oder ein einzelnes YouTube-Video. Und dementsprechend, wo packe ich das jetzt hier rein? Krypto, ich packe das einfach mal in den Ordner, Krypto. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und Coin und Casper für 2 Cent, da hätte ich mich aber gesehen. Hast du mal Streetbeast ausprobiert? Was ist Streetbeast? Das klingt jetzt fast eher nach einer App und nicht nach einem Krypto-Projekt. Kenne ich auf jeden Fall nicht. Schreib bitte, ich notiere das schon mal hier auf der Liste, aber schreib bitte noch einmal rein, was genau das von der Art und Weise ist, damit ich das hier schon mal einkategorisieren kann. Weil wie gesagt, auf der Liste steht schon massig Zeug, da sind auch ein paar Apps fürs 1000-Euro-Projekt mit dabei. Deswegen habe ich das mittlerweile ein bisschen kategorisiert. Bei Coinless kannst du nur 100 bis 500 Dollar investieren, mehr geht nicht. Ja, nee, das ist aber auch stabil, das ist stabil. Da sehe ich mich. Ich habe eh nicht so viel Geld, wie manche von euch immer denken. Und so ein Hunimann irgendwelche kleinen Projekte stecken, da habe ich Bock drauf. Das finde ich persönlich immer sehr angenehm und dann verfolgt man die und im Zweifel hat man nur ein Hunni verloren. Das ist schon okay. Wie heißt das Juicy? Juicy Fields, meinst du das? J-U-I-C-Y und dann halt Fields wie Felder. Also, so heißt es ja. So, was sagst du zu Street Bees? Achso, da hast du, glaube ich, schon was geschrieben. Ich lese nochmal den Kommentar dafür. Bin halt Schüler und finanziere mich mit Juicy Fields. Habe jetzt auch schon ausgezahlt. Ach was, du finanzierst dich mit Juicy Fields, das ist auch stabil. Und das reicht mit 500 Euro schon aus. Ich meine, gut, 200 Euro, das ist nicht schlecht, aber um dich zu finanzieren, reicht das ja auch nicht aus. Ich meine, das ist ein netter Bonus, aber mehr auch noch nicht. Aber gut, dass du schon ausgezahlt hast. Das ist nun mal wieder weiteres positives Feedback, was mich zuversichtlicher macht. Ja, eine App, wo man Sachen beantworten muss, habe ich vier Tagen 25 Euro gemacht. Das klingt ja erstmal okay, aber was hast du denn dafür für einen Einsatz gebracht? Hast du vier Tage dafür durchgearbeitet? Hast du jeden Tag eine Stunde dafür was gemacht? Hast du jeden Tag nur fünf Minuten was gemacht? Also, wenn es jeden Tag unter einer Stunde ist, können wir das safe testen. Aber wenn du da irgendwie vier ganze Tage oder über vier Stunden für gebraucht hast, dann brauche ich das für 25 Euro nicht testen. Dann lohnt sich das nicht. Auszahlung erfolgt auch. Ja, das ist schon mal gut. Ja, bekomme von meinen Eltern auch noch Taschengeld. Ja, okay, in Ordnung. Das ist ja schon mal was. Auch wenn ich auch glaube, dass Juicy Fields nicht wirklich für Minderjährige gedacht ist. Aber gut, das musst du denn mit dir und deinen Eltern klären. Ich bin es auch leid dazu, immer was zu sagen. Ich persönlich bin da kein Freund von, aber es ist ja auch nicht mein Risiko. Aber habe vor, jetzt auf 1000 Euro hochzugehen. Ja, warum nicht? Das sind denn immerhin schon 500 Euro alle drei Monate plus minus. Und das sind dann schon mal über hunderte im Monat. Das ist dann schon durchaus nett. Darüber wird sich wahrscheinlich niemand beschweren, wenn er 100 Euro Geld mehr pro Monat bekommen würde. Kann man schon mal wieder, keine Ahnung, essen gehen. Fünfmal oder so. Oder sich einen neuen Pullover gönnen. Oder was weiß ich. Oder halt einfach noch einen Hunni in den Coin-Dispressay stecken. Doch geht schnell, circa sieben Minuten pro Befrage. Und du hast dann mit vier Befragungen schon 25 Euro gemacht? Oder wie lange hat das denn so gedauert? Wie viel Zeit hast du für 25 Euro investiert? So möchte ich die Frage am liebsten beantwortet haben. Ja, das läuft halt über meinen Bruder und der ist Steuerberater. Achso, in Ordnung. Ja, nee, dann ist das ja in Ordnung. Dann ist das ja absolut euer Ding. Wenn du ihm denn Geld gibst, was er über seinen Namen investiert, ist das, glaube ich, auch nicht wirklich illegal. Wüsste nicht warum. Wenn, dann wird es er eh besser wissen als ich. Also dementsprechend macht, wie ihr denkt. Endet nichts daran, dass ich Juicy Fields echt interessant finde und noch ein bisschen ausbauen werde. Aber warten wir erst mal bis zum 17. April oder so. Da ist meine Auszahlung, da ist meine Ernte. Und das werde ich dann wahrscheinlich live aufnehmen. Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit. Und genau das ist halt einfach das Geile an dieser Webcam. Und dass ich jetzt hier OBS benutzen kann, dass ich einfach live auch mal sowas machen kann. Live was kaufen, live traden, live pre-sale oder whatever. Oder halt auch live Juicy Fields Ernte. Erst recht Juicy Fields, weil da halt nicht mal irgendwo mein Wallet dann plötzlich aufploppt. Da muss ich dann nicht mal mehr so viel schneiden. Das wird sehr angenehm und auch für euch angenehmer, wenn ich das einfach live machen kann. Und nicht immer im Nachhinein erzählen muss. Die Befragung-Apps sind die größten Scams. Hab da vier Tage was gemacht und nur 10 Euro gemacht. Ja, wobei. Also die reinen Befragungs-Apps sind meiner Meinung nach auch nicht lukrativ. Also die größten Scams weiß ich nicht, aber es ist schon echt mieser Stundenlohn meistens. Komplett bin ich da bei dir. Also wenn etwas nicht mal halber Mindestlohn ist, dann brauche ich es auch nicht testen. Dann brauche ich es wirklich nicht testen. Ähm, nicht mal für ein Video. Dann ist es einfach Bullshit. Aber es gibt viele Apps, mit denen man Geld verdienen kann. Auch viele Apps, wo man über Mindestlohn kommt. Auf jeden Fall habe ich ja auch schon welche getestet. Und ich kann auch jetzt mal gucken. Ich meine, das kommt irgendwann in einem abschließenden YouTube-Video. Aber aktuell bin ich im 1000-Euro-Projekt. Und jetzt haltet euch fest, ich bin selbst absolut überrascht. Aber ich bin im 1000-Euro-Projekt, wo ich, und ihr wisst, was ich da bisher so gemacht habe. Was auf Kleinanzeigen, von Kleinanzeigen gereselt, irgendwelche Apps getestet, kleine Mini-Gigs auf Fiverr angeboten. Ich bin bei einem 40-Euro-Stundenlohn. Also selbst, wenn man das noch mit 50% versteuern müsste, wäre das deutlich mehr als Mindestlohn. Ist echt krank. Weil ich habe mir immer den Aufwand in Stunden mitnotiert. Und sogar immer noch auf 10 Minuten aufgerundet. Also, beziehungsweise zumindest auf 5, sehe ich gerade. Also schon crazy, was nur mit dem Mist geht. Dafür kann man es halt nicht 8 Stunden lang pro Tag durchziehen. Aber gut, da kommt auch schon nächstes Wochenende eine neue Episode für das 1000-Euro-Projekt. Joey, du bist auch am Start. Freut mich sehr und danke für die Rose. So, da kommt definitiv Samstag neues Video. Da wird dann auch mal wieder eine App getestet. Vorausgesetzt, die Supermärkte in meiner Gegend pranken mich nicht wieder wie letzte Woche, wo ich diese App-Tests irgendwie nur bis 14 Uhr angeblich machen durfte. Obwohl die Märkte bis 20 Uhr offen haben. Keine Ahnung, was der Mist soll. Und ich meine, wer schafft es denn, 15 Uhr in den Laden zu gehen? Ich meine, ich pennen gefühlt bis um 11. Wie soll ich das denn schaffen? Ich bin hier in der Nacht bis um 5 wach oder so und schneide hier irgendwelche Videos. So, mach mal Live-Traden. Das wird nicht passieren, Bro. Das tut mir sehr leid. Also, ich habe auch jetzt dieses Hebel-Trading nur ausprobiert, weil ich euch das vor 2 Wochen oder so in einem Livestream versprochen habe. und weil ich persönlich auch privat Versprechen sehr, sehr, sehr ernst nehme. So, und deswegen habe ich das gemacht. Ich habe keine Ahnung davon und dann werde ich sicher kein Live-Trading machen. Vor allem, weil ich auch keinen 30er-Hebel oder so benutzen würde. Und bei so einem 10er-Hebel weiß ich nicht. Das ist schon krass, aber da bewegt sich jetzt auch nicht in 3 Sekunden sonst was. So krass ist das dann auch wieder nicht. Dementsprechend, I'm sorry, aber das werde ich nicht machen. Es kommt noch Part 2 fürs Hebel-Trading-Video. Wenn du mich unbedingt mal traden sehen willst, dann schau auf YouTube vorbei. Mein letztes Video, da war Part 1 vom Hebel-Trading. Aber mehr wird da, glaube ich, auch erst mal nicht kommen dann. Was hältst du von Dropshipping? Finde ich interessant. Würde ich an sich auch gerne mal probieren. Aber es hat halt so ein... Jo, schön, dass ich das auch... So ein Rattenschwanz. Also, da musst du halt gefühlt irgendwelche Sachen anmelden. Brauchst dafür wieder ein extra Gewerbe. Musst dir Gedanken machen wegen Rücksendungen. Garantie. Wenn du irgendeinen Mist verkaufst, der irgendwie für Kinder ist, musst du das Gefühl dieses Siegel haben, dass die das nicht verschlucken können. Und oh. Ey, das ist so ein Aufwand. Das ist es mir nicht wert für ein Video. Aber an sich ist schon ein interessantes Thema. Und ich würde es auch gerne mal probieren. Aber aktuell nicht die Zeit und die Nerven dafür. Mach mal einen 10er-Hebel ohne Stop-Loss und geh einfach schlafen. Hab ich gerade aktiv. Guck dir mein letztes YouTube-Video an. Hebeltrading. Hab ich einen 10er, einen 10er und einen 5er-Hebel. Bei keinem einzigen davon hab ich einen Stop-Loss. Nur eine Limit-Sell-Order. Glaube ich für 5 und für 10%. Also dann mit dem 10er-Hebel 50% beziehungsweise 100%. Die laufen seit 2, 3 Tagen, seit 3, 4, nee, 3, 4 Tagen laufen die Trades ohne Stop-Loss. Ich meine, wenn Maxi schon 100 Dollar zur Verfügung stellt für das Video, dann kann ich für euch das natürlich auch mal komplett auf Risiko spielen. Warum nicht? So, ich will ja auch denn euch ein bisschen was Interessantes hier bieten können. Also, nee, das läuft. Also, es läuft nicht mehr alles. Wie gesagt, Binance ist, glaube ich, schon komplett ausgecashed. Die Limit-Orders haben alle gegriffen. Ähm, nee, Phantom ist, glaube ich, komplett raus. Phantom ist komplett raus. Binance hat eine von den Limit-Orders, die erste, gegriffen. Und Atom war noch am Start. Aber ich kann hier gleich noch mal reingucken, wie das jetzt aussieht. Weil ich hab auch schon wieder seit 24 Stunden nicht mehr reingeguckt. Aber ich lass das die ganze Zeit so laufen. Ich meine, ich hab da 20 Euro in die Trades gesteckt. Was für Stop-Loss. Oh nein, da hab ich nur 10 statt 20 Euro verloren. Weiß ich nicht. Wenn die schon Geld zur Verfügung stellen, können wir damit auch Spaß haben. Erst recht, wenn ich in dem Video ja auch wirklich 5 Mal erwähnt hab, dass ich überhaupt kein Profi bin und ihr euch überhaupt kein Vorbild daran nehmen sollt. Dann können wir es auch wirklich einfach behandeln wie Lotto. So, moin Digi. Moin. ZL Black Bandit. Schön, dass du am Start bist. So, und ich hol jetzt mal kurz das MacBook. Und dann werde ich hier mal live in Maxi reinschauen. Was dann aus den restlichen zwei Atom-Trades und dem ein BNB-Trade geworden ist. Ob hier irgendwie die, ob ich Glück gehabt hab und da auch die Limit Orders ausgelöst wurden. Ja, oder ob halt die ganze Position liquidiert wurde. Schauen wir mal rein. So, Telefonnummer. Die werde ich jetzt natürlich nicht laut sagen. Passwort noch viel weniger. So, jetzt wird wahrscheinlich hier gleich nochmal diese nervige Überprüfung kommen. Die, wo ich eine SMS kriege. Also, es ist nervig, aber es ist natürlich auch gut. Aber kann sein, dass denn der Stream irgendwie kurz leckt, wenn hier ein Pop-Up kommt. Wobei, ne, ich kann das ja auch mit der Apple Watch aufrufen. Never mind, Leute. Never mind. Da haben wir es. So, gucken wir mal. Haben wir alles verloren? Oder, ja, ich denke, ich glaube aber ernsthaft, dass da immer noch die Position so steht, wie sie ist. Und sich nicht wirklich was geändert hat. Vermögenswerte Konto. So, wir haben 103 US-Dollar. Also, immer noch ein Plus. Das ist schon mal gut. Und. Ja, was soll ich dazu sagen? Atom ist immer noch komplett drin. Da hat sich nichts geändert. Weder liquidiert noch Limit Order ausgelöst. Und. Ja, ich gucke hier mal rein. Atom würde bei 26 ausgelöst werden. BNB ist auch noch eine am Start. Hat sich nicht wirklich was geändert. Aber ich war zwischendurch tatsächlich sogar schon bei 115 Dollar. Also, ist ein bisschen wieder runtergegangen. Ist natürlich auch ein bisschen sad. Aber, naja. Was soll man machen? Ich habe hier auch auf Risiko gespielt. Und. Das sieht hier aber alles trotzdem noch in Ordnung aus. Ich meine, für was habe ich hier Atom gekauft? Aktuell ist der Kurs bei 27,8. Gekauft habe ich das bei... Ja, bei 28,4. Da kommt dann schon ein bisschen der Verlust her. Und wenn wir uns BNB angucken. Wie schaut es da aus? Da ist der Kurs aktuell bei 392. Ja gut, das ist dann halt eingebrochen. Das hat sich deutlich weiter wieder entfernt von der Limit Cell Order. Aber die war, glaube ich, bei 405. Da wurden die erste Hälfte verkauft. Und die nächste wäre bei 420. Bei 420, Leute. Ja. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, bei einem 10er Hebel. Ich bin zwar auch ein kleiner Idiot, was das ganze Zeug Hebel-Trading angeht. Und unerfahren. Ich habe es ja auch gesagt. Aber ich habe echt das Gefühl, wenn du auf halbwegs stabile Coins setzt, die nicht unfassbar volatil sind, weil sie übelst kleine Market Cap haben, dann wird selbst ein 10er Hebel jetzt nicht in 0, nix gigantische Folgen haben. Jedenfalls im Regelfall. Außer jetzt würde irgendwie der nächste Krieg passieren oder so. Ich lasse das auf jeden Fall weiterlaufen. Und wir schauen mal. Kommt dann im zweiten YouTube-Video zum Hebel-Trading natürlich auch ein Update. Was gehst du mal so eine Frage? Was hältst du von diesem Ape-Coin? Ich finde es an sich cool. Aber er ist natürlich gerade komplett überbewertet. Also Metaverse-Coin wird bestimmt genutzt werden, auch um deren Metaverse nachher zu betreiben. Deswegen finde ich es erstmal nicht schlecht. Aber werde ich jetzt nicht investieren. Vielleicht, wenn der Preis sinkt. Aber aktuell, mhm. Auf welchen Plattformen machst du Trading? Es tönt nicht nach Tagestrading an. Es tönt nicht nach Tagestrading an. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich trade gar nicht regelmäßig. Ich bin eigentlich ein kompletter Hodler. Und wenn ich Coins kaufe, kaufe ich die am meisten auf Binance und KuCoin. Und sonst gelegentlich noch auf Crypto.com und Maxi. Und wenn ich jetzt mal so wie jetzt Margin-Hebel-Trading mache. Und das vielleicht auch in Zukunft gelegentlich mal mit so 10, 20 Dollar machen werde. Dann werde ich dafür weiterhin Maxi nutzen. Ja, ich hatte ja jetzt auch mit denen die kleine Kooperation. Und ich bin auch wirklich ziemlich zufrieden damit. Zumindest für das, was ich da aktuell mache, reicht es komplett aus. Ich habe mich außerdem, sehe ich mittlerweile durch in der Plattform. Das hat auch ein bisschen gedauert, weil ich halt auch neu war im Margin-Trading. Und weil ich vorher auch nur 2-3 Mal was auf Maxi gekauft hatte. Aber ich bin damit ziemlich zufrieden. Also gibt es jetzt keinen Bedarf, das zu ändern. Meinst, er droppt noch? Ja, aktuell sinkt er. Was hältst du eigentlich vom Bitpanda schlimm, wenn ich meine Coins dort halte? Meinst du, er droppt noch locker? Ich glaube schon, auf Dauer wird er noch ein bisschen absinken. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann werde ich auch nicht rumheulen, dass ich da nicht eingekauft habe. Bitpanda habe ich keine Erfahrung mit. Und kann ich dir nichts zu sagen. Habe höchstens Bitfinex. Und was heißt schlimm, wenn du deine Coins da hältst? Wie viele Coins hältst du denn da? Wenn du da irgendwie 2, 3, 4, 500 Euro hast, ist das halt okay. Wenn du da jetzt irgendwie 5.000 Euro hast oder noch mehr. Dann würde ich es persönlich schlimm finden, wenn ich oder ein Freund von mir das machen würde. Aber es ist halt dein Problem. 280 Euro, ja Bro. Also die Chance existiert, dass da was passiert. Dass das Geld erhackt wird und whatever. Aber 280 Euro, da kannst du halt im Zweifel auch drauf verzichten. Und du kannst halt auch missbauen und dein Key verlieren oder so. Und das halt auch auf der Wallet nicht mehr bekommen. Also ist halt okay, mach. Da würde ich dich jetzt nicht von abhalten wegen 280 Euro. Davon geht auf keinen Fall die Welt unter. Und da würde ich auch nicht einen Kumpel von mir für geißeln. Ich habe selbst glaube ich sogar 400 Euro auf Binance, 300 Euro auf KuCoin. Das kann man halt machen. Das ist nicht das Ding. Nur der Großteil würde ich halt nicht da liegen lassen, wenn du nachher halt echt tausende Euros hast. Fühlt sich einfach nicht vernünftig an. Elbcoin wird meiner Meinung nach in die Top 15 kommen, was die Market Cap angeht. Ich hoffe nicht, aber kann natürlich sein. Wird man schauen. Aber ich hoffe es echt nicht. Weil da so geil finde ich diese Metaverse Projekte denn auch nicht. Da gibt es Coins, die es meiner Meinung nach deutlich mehr verdient hätten. Und ich interessiere mich zwar auch für Metaverse und für Crypto Games und so, aber es sollten für mich nicht die Leader des Markets sein, finde ich. Also da sehe ich dann eher Projekte, die wirklich technisch gut sind. Eine Blockchain aufbauen, eine Plattform betreiben. Von mir aus auch irgendwelche DAO oder Launchpad Projekte oder so oder Projekte, die komplett Metaverse übergreifend sind. Selbst sowas wie Treasure DAO, was morgen das YouTube Video kommt. Und natürlich auch hier in TikTok. Aber so ein reines Metaverse Projekt von so einem NFT Projekt, weiß ich nicht, gehört für mich nicht unbedingt in die Top 15, aber wäre jetzt auch nicht schlimm. Gut, gut Leute. Ich werde auf jeden Fall auch gleich off gehen hier. Wir sind jetzt wieder zwei Stunden am Stream. Dieser Stream war auch mal nicht ganz so komisch. Der wird auf jeden Fall wieder auf YouTube hochgeladen, für alle, die jetzt irgendwie spontan reinschauen und sich ärgern, das verpasst zu haben. Da gibt es ja immer mal so ein paar von euch. Deswegen habe ich ja diesen Jonas R Beta YouTube Kanal eingeführt, wo ich die Streams hochlade. Nur halt nicht alle. So in dem einen Stream wurde es mir ein bisschen zu sehr politisch. In dem anderen haben wir sehr viel auch über meinen Privatkram geredet. Das wollte ich jetzt irgendwie ungern beides auf YouTube hochladen. Aber dieses Mal kann man das auf jeden Fall mal wieder machen. Was sagst du zum Tension Projekt von Bull Empire? Also ich kenne weder Tension noch Bull Empire. Gerne mehr dazu. Schreib mir auch gerne auf TikTok und Insta, falls ich, wenn ich jetzt gleich off gehe und wenn das Projekt halbwegs cool klingt und für mich nicht nach einem Scam wirkt, dann kann ich das auch sicher mal in ein Was ist Video mit aufnehmen. Und ja, da stelle ich das ja dann vor und sage zumindest in den meisten Fällen auch meine Meinung dazu. Ich glaube jetzt bei Treasure Tower habe ich das leider vergessen, den meine Meinungspart mit einzubauen, weil ich halt voll im Flow war jetzt mit dem neuen Setup und so. Aber auch da habe ich an sich eine positive Meinung. Würde ich schon sagen. Ist schon eine coole Sache. Bin ich der ultimative Metaverse-Fan, habe ich eben schon erzählt, aber grundlegend stabiles Projekt. Was hältst du von meinen Coins, die ich halte, stehen oben? Ich habe das nicht gesehen. Also ich glaube, das hat TikTok rausgeschmissen. Schreib mir dafür gerne auf Insta oder Telegram und du kannst auch gerne dein Portfolio in unsere Community-Gruppe schicken. Da gibt es sicher auch noch ein, zwei andere Leute, die bereit wären, ihre Meinung dazu zu präsentieren. Auf einen Tweet von Elon Musk warten und kaufen. Ja, das sowieso. So, dann greife ich vielleicht auch noch mal zu Maxi und hebe da noch mal wieder mächtig rein, wenn Elon Musk irgendwas sagt. Vor allem, weil es ja auch wirklich meistens sich dann echt ein paar Stunden zieht, bis es aufhört hochzugehen. Weil manche die Nachricht erst nach zwei Stunden lesen und trotzdem denken, ja, ich kaufe das jetzt, ich kaufe das jetzt. So, also wenn man da schnell ist, naja, freut euch mal auf Part 2. Da werde ich mal sowas ähnliches probieren. So, halte ich. Da kam gerade wieder nur die Nachricht, halte ich. Also falls du wieder Coins mit reingeschickt hast, kamen nicht an. Wie gesagt, du findest mein Instagram und mein Telegram, alles hier in der Bio im Link. Und da kannst du mir auch gerne so zwischendurch mal schreiben. Ansonsten war es das jetzt aber auch mit diesem Stream. Wir haben zwei Stunden durchgeballert, wir sind auch gerade nur noch richtig wenig Leute, bevor jetzt gleich wieder irgendwie zehn Mann reinkommen, wie letzte Woche, wo es dann echt ewig ging. Und ich muss hier noch ein Video schneiden, noch ein bisschen aufräumen und auch noch was anderes machen. Dementsprechend, Leute, haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend für alle, die noch wach bleiben. Und vor allem morgen einen wundervollen Start in die neue Woche. Macht's gut und man sieht sich spätestens gen nächstes Wochenende wieder.